Guten Tag und herzlich willkommen bei Songs of Conquest, diesmal mit einem 1.0 Release. Ja, heute released mit 1.0 und ich dachte, wir spielen einfach mal eine Runde. Ein bisschen geschnitten oder ein bisschen mehr geschnitten, so mittelmäßig, aber nicht übertrieben. Zumindest so, dass wir auch einen guten Eindruck bekommen können, falls ihr noch Bock auf das Spiel habt, das noch nicht kennt. Oder halt generell auch einfach sagt, ich weiß nicht, was wir kaufen sollen. Gehe ich einfach mal ganz kurz auch durch, was bei 1.0 drin ist und ihr kriegt halt einen Eindruck, was beim Spielen so los ist. Wichtiges bei 1.0 ist eine neue Kampagne dazugekommen, die vierte Kampagne, die ihr sehen könnt. Ich habe die noch nicht gespielt. Die ist mit dem Barrier, das ist diese Händlerfraktion. Die könnt ihr euch dann mal reinziehen. Ich werde das nicht machen, weil ich denke, wenn ihr das Spiel holt, solltet ihr auch auf jeden Fall die Kampagne genießen können. Ich möchte auch sagen schon, dass ich außer die Rana-Kampagne beide sehr einfach fand. Sehr wirklich simpel, gut auch zum Einstieg. Ich formuliere es mal positiv, also gehört auch wirklich hineinkommen in dieses Spiel. Sind die gut geeignet, da lernt man alles kennen. Wenn man vorher schon ein paar Runden gespielt hat, finde ich die Kampagne doch ein bisschen einfacher. Die zweite mit den Rana ging. Da gab es schon ein paar Missionen, die waren wirklich anspruchsvoll. Zwei von vier, glaube ich. Das ist schon ganz gut. Werden auch die Rana tatsächlich spielen in diesem Modus. Ansonsten stelle ich aber erstmal nochmal kurz vor, was sonst noch bei 1.0 dazugekommen ist. Ich habe jetzt kein großes Formular dafür, aber so aus dem Kopf heraus. Wir haben die Herausforderungskarten. Die sind, glaube ich, auch schon vorher integriert worden. Das sind besondere Karten, die euch nochmal vor ganz besonderen Herausforderungen stellen und euch wirklich über minimalen Truppen halt bestimmte Wege gehen lassen, sodass ihr halt wirklich gucken müsst, wo kann ich mit den Maxen durchkommen, durch diese Karten und so weiter. Würde ich jetzt auch nicht präsentieren, könnt ihr euch selber mal angeben. Eroberungskarten sind auch deutlich mehr geworden mittlerweile. Ihr seht, wir haben mittlerweile ein großes Feld davon. Früher war das deutlich überschaubarer. Wir können natürlich auch im Community-Bereich auch alle möglichen Karten noch finden. Auch das ist noch dazugekommen. Außerdem wurde die KI ja überarbeitet, wobei das ja schon länger der Fall war und ihr habt ja vielleicht, oder wahrscheinlich eher nicht, in meinem Video gesehen, wo ich mal gegen die schwerste KI gespielt habe. Und das war einfach nur lächerlich. In der elften Runde wurde man da komplett überrannt. Also ob die besser geworden ist oder mehr Schieds hat, ist die Frage. Ich werde auch auf jeden Fall nicht auf höchste Schwierigkeitsstufe spielen. Warum sage ich das? Euch ist das eigentlich, glaube ich, scheißegal, aber mir nicht. Weil ich will ja eigentlich immer hier euch zeigen, auf höchste Schwierigkeitsstufe Challenge und so weiter. Das heißt, für mich persönlich ist das irgendwie, weiß ich nicht, das erinnert mich schon. Aber ich habe es ja wirklich stundenlang ausprobiert. Ich habe es nicht geschafft. Von daher werden wir uns hier nicht besonders übermelzig herausfordern auf der schwersten Schwierigkeitsstufe. Wir werden hier eine Random Map nehmen mit vier Spielen. Auch da nicht übertreiben. Viel reicht vollkommen aus. Wir können hier auf Bestätigen gehen und werden die KI auf Herausforderung stellen. Weil tödlich, wie gesagt, das war auch nicht mehr lustig dann. Da habe ich auch keine Strategie entwickeln können, um das spannend zu machen. Wir werden die Rana spielen. Das ist hier rechts die Fraktion, die Krütenfraktion nächstes Mal. Und dafür sorgen, dass alle vier Fraktionen vorhanden sind. Wir werden die Standardeinstellungen sonst lassen. Und wir werden bei den Ranas den Zauberstärkentypen nehmen. Warum? Ja, weil wir wollen erstmal ganz viel auf Magie gehen. Und ich will schön mit den Schildkröten lähmen. Schildkröten und Beber werden unsere Sache sein. Wir haben ja einen Beber auch am Anfang. Beber können nicht upgrade werden. Wer das Spiel schon kennt, versteht, dass das ziemlich krass ist. Weil dann sind die sehr viel schwächer als die upgradeten Versionen. Und Beber sind halt auch nicht wirklich eine Kampfeinheit in meinen Augen. Die sind halt eine Buff-Einheit. Aber sie haben den großen Vorteil, den wir gleich im Spiel sehen werden. Sie haben drei verschiedene Magie-Essenzen. Sodass wir halt mehr Magie pumpen können. Und das wollen wir natürlich auch. Wir nehmen übrigens die grüne Farbe. Du kannst hier unten irgendeine andere Farbe haben. Ist mir komplett egal. Ich will grün, weil, ne, Kröten und so weiter. Oder Echsenmenschen, Echsenviecher, wie auch immer. Und das werden wir tun. Und das ist ja unser Plan. Und wir springen einfach mal rein. So, da sind wir. Und jetzt können wir uns das Ganze mal anschauen, was ich gerade gebrabbelt habe. Also wir sind im mittelgroßen Gebäude. Bestiengegen gibt uns einmal die Beber. Und ihr seht, die Beber sind nicht upgradbar. Ihr seht hier kein neues Symbol oder sowas. Beber sind immer konstant auf 650 Kosten. Was auch sehr viel ist in meinen Augen. Aber sie haben das gute Sindraner und Bestie. Werden deswegen recht gut gebufft. Und haben den Vorteil, dass sie halt drei Essenzen haben. Schöpfung, Arcana, Zerstörung. Für uns natürlich ideal. Und das sollten wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Ihr seht auch, die Verwüster haben drei Essenzen. Was auch sehr cool ist. Gibt es auch nicht immer. Und das ist die Upgraded Variante drei hat. Dafür seht ihr zum Beispiel hier. Die Upgraded Varianten haben nur eins. Also das ist absolut lächerlich für Magie. Sollte man besser nicht drauf gehen. Diese beiden hier sind sehr gut zu spielen. Müssen wir mal gucken, ob wir die Verwüster wirklich nützlich machen können. Die sind aber sehr stark. Gerade brutale Angreifer, die auch sehr squishy sind. Aber am liebsten will ich halt auf die schöne dicke Schildkröte gehen. Die ist nämlich recht defensiv. Und die kriegt auch drei Essenzen, zwei Schöpfungseszenzen. Die sehr cool sind, gerade wenn man ein bisschen cheesy spielen will. Und das wäre auch lustig, das einfach nochmal zu zeigen. Ein bisschen cheesy zu spielen. Problem bei denen ist, die kosten uns immer eine Spinnenseide. Oder wie heißt das nochmal? Ich vergesse immer den Namen hier. Seidengewebe. Auf jeden Fall der Faden halt hier oben. Und dieser Faden, der ist natürlich eine sonderbare oder besonders teure Ressource. Brauchen wir natürlich auch nachher noch für die Upgrades hier unten. Das seht ihr auch nochmal zu den Drachen und so weiter. Können wir uns natürlich auch ein paar von gönnen. Die dickste Drache hat auch eben diese Essenzen. Ist aber natürlich so das typische, wo eigentlich jeder drauf spielen würde. Der dickste Bauern war cool. Gucken wir mal, wenn wir es nötig haben, machen wir es auf jeden Fall. Ansonsten würde ich erstmal auf die Forschung gehen. Die würde es nämlich den großen Vorteil bringen, weil eben den Schildkröten, sehen, dass sie nachher, das müssen wir hier auf den Drachenpyramide, tatsächlich noch eine Essenz bekommen. Also noch eine Zerstörungsszenz. Das heißt, wir haben dann zwei Erschöpfungen, eine Arcana und eine Zerstörungsszenz. Und die werden auch schneller und widerstandsfähiger, sind aber an sich schon recht widerstandsfähig. Was ganz cool bei diesen Kröten halt ist. Die sind also eigentlich ziemlich gemein, weil man mit denen gut so ein bisschen, ja, ne, so ein bisschen ärgern kann. Weil sie hat 50% Fernkraftresistenz. Bedeutet eben, dass die kaum jemand brechen kann. Wenn er nicht den Helden genommen hätte mit dem 40% Zauberschutz, wäre es noch krasser. Dann wäre dieses Viech eigentlich, ja, weiß nicht, wirklich brutal. Und ihr seht, wir haben auch noch dieses Fähigkeit Essenz Aufladen. Generiert die Essenz, diese Einheit für den Hüter. Das heißt, ihr könnt auch noch, wenn ihr die Upgraded Variante habt, zweimal pro Runde ihre Essenzen rausschöpfen. Das ist extrem stark. Das geht natürlich auch bei den Untoten. Die sind dann aber Fernkämpfer. Ich weiß nicht, wie genau die hießen. Aureaner irgendwas. Und die sind Fernkämpfer und Squishier. Hier, die halten halt auch noch 50% weniger Schaden durch Fernkämpfe. Das heißt, die Nahtkämpfer müssen hinkommen. Und die haben ja dabei, wie ihr sehen könnt, auch noch eine große Verteidigung. Natürlich eine schwache Initiative. Leben sehr viel. Mit 80, das ist sehr, sehr gut. Da würden wir auf jeden Fall drauf gehen. Müssen wir auch upgraden. Müssen wir halt nur gucken, wie die Ressourcen kriegen. Ansonsten würden wir halt, wie gesagt, Beber gehen und verwüstern. Das wäre jetzt der Plan. Also brauchen wir sehr, sehr viel Spinnenseide. Wenn wir jetzt hier gucken, sieht nicht so gut aus. Obwohl doch, ja, hier sind ein paar. Und ich meine, diese Vasen geben auch Spinnenseide. Das heißt, ich kriege jetzt einfach mal das ganze Gebiet. Das ist jetzt nicht der größte Spannungsmoment. Und guckt mal, wie wir unseren ersten Ausbau gewährleisten. Und schaltet euch da wieder rein. Ein Tipp, immer eigentlich am Anfang das Hauptgebäude auszubauen, wenn ihr das könnt. Wir starten hier schon mit Ressourcen, was schon sehr dankbar ist. Normalerweise starte ich auch gerne ohne Ressourcen. Nach den letzten Erfahrungen mit dieser schweren KI bin ich auch ein bisschen im PTBS-Modus. Deswegen bauen wir einfach jetzt schon mal aus und nutzen auch dankbar die Ressourcen, die wir schon haben. Dann können wir nämlich jetzt schon gucken, dass wir hier unser Bestiengehege oder eben unser Shilun-Heinigtum bauen. Wofür wir aber, wie ihr sehen könnt, ein Schamanenzelt brauchen und hier nochmal Spinnenseide. Aber auf jeden Fall sind die Möglichkeiten da. Und um unsere Fähigkeit halt zu nutzen, hier schön alle drei auf einen Slot legen, weil dann produzieren die jedes Mal ihre drei Essenzen. Denkt daran, dass ihr das auf jeden Fall macht, dass ihr da diesen Vorteil auch mitnehmt. Ein paar Runden weiter, seht ihr, ich habe das Heiligtum schon gebaut. Das ist wichtig, je früher ihr das baut, desto mehr könnt ihr halt wieder da rausholen, das ist ja ganz klar. Ich habe auch schon mal in die Gegend gekehrt, war jetzt nur ein klamm Kampf, der ist nicht wirklich interessant, weil wir haben ein paar Jäger verloren, die ich in so einem Camp gefunden habe. Und wir seht, wir haben unseren ersten Shilun, nicht ältesten, aber Shilun da. Wir haben auch noch ein ganz cooles Item gefunden, und zwar einen himmlischen Kompass. Sehr, sehr gut, weil ihr einfach himmlisches Erzbrunnen bekommt. Ich hätte mir lieber natürlich die Seide gewünscht, dann hätten wir tatsächlich einen viel größeren Vorteil. Wir haben noch eine Axt gefunden, ja, nicht so besonders, aber das ist noch ganz cool. Denn unsere Schildkröten haben wir eh schon 50% Resistenz. Nochmal 20% Resistenz ist schon brutal. Und wir haben, wie ihr sehen könnt, schon 100% mehr Schaden durch Zauber. Das heißt, wir haben da schon mal ordentlich gepusht. Deswegen diese Verwüster tatsächlich auch ganz attraktiv sind. Der Level kriegt ihr nicht durch Kämpfen wirklich am Anfang, also einen Kampf haben wir ja gekämpft. Der Rest sind einfach nur diese ganzen Objekte, diese Points of Interest, nenne ich es mal, die ihr da besuchen könnt. Ansonsten habe ich jetzt gespart, um hier das Lager zu verbessern. Wir haben ja eine Metropole, das heißt, unsere Kosten sind hier sehr holz- und steinlastig. Und können noch zweimal aufwerten. Das heißt, wir können auch noch ein großes Feld holen. Wir haben jetzt eins dazu bekommen. Und noch ein mittleres. Beim mittleren wollen wir halt dieses Besschen hier bauen. Auch wenn ein Tauschplatz auch sehr cool wäre. Aber das müssten wir halt holen. Dafür werden wir jetzt oben das Erz holen. Und beim Großen ist immer für mich halt Forschung ganz, ganz wichtig. An sich ist Bruttempel oder Bruttümpel das Beste, weil ihr halt Wirtschaftsforschung bekommt. Und ihr könnt sehen, wenn wir jetzt hier mal reingehen, Bruttümpel, kriegen wir halt diese Seide, die wir brauchen. Oder Schimmergewebe. Das wäre das, was wir eigentlich nehmen sollten. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil wir hier nämlich nur die Slots mehr bekommen. Ich will eigentlich natürlich andere forschen. Das heißt, hier hingehen und die Rana-Truppenverbesserung nehmen. Weil das eben natürlich einen riesigen Vorteil geben würde durch die Zerstörungstessenz. Ihr seht aber auch, das kostet natürlich auch, wir haben drei Antike Bernsteins, kostet 30. Und das können wir uns einfach auch noch nicht leisten. Deswegen glaube ich, werde ich tatsächlich auf den Bruttümpel gehen. Ihr müsst furchtig sein. Wenn ihr den baut und dann alles forschen, abreißt, dann habt ihr nichts mehr davon. Das heißt, ihr müsst euch da tatsächlich essentiell entscheiden. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn ihr keine Metropole habt, wenn ihr einen Playthrough habt. Ihr könnt aber sehen, dass wir es schon bauen können. Von daher sollten wir es auch nächste Runde eigentlich angehen. Weil wir jetzt momentan das Plästchengehege... Obwohl, das können wir vielleicht schaffen, wenn ich jetzt hier hochgehe. Müsste das eigentlich schon drin sein, dass wir hier, jawohl, das Plästchengehege einmal aufsetzen. Und danach würde ich dann auf die Forschung gehen. Der Rest ist alles nur Wirtschaft hier. Also nichts Spannendes, weil ich jetzt komplett irgendwie aus den Socken hauen sollte. Wir brauchen noch die Pilzzucht und ja, die Mini hier oben. Und dann haben wir eigentlich das Lager rum und dann wird es erst richtig spannend. Wir werden dann so einen zweiten Hüter, weil wir brauchen tatsächlich mehr Bewegung. Weil das ist einfach hier so viel einzusammeln. Und ich bin immer so nervös, dass ich jetzt schon hinten liege irgendwo. Obwohl wir erst die achte Runde haben. Wir sind eigentlich gut dabei. Trotzdem wäre das nicht schlecht. Auch wenn es 3000 sind, wir brauchen gleich wieder 3000. Das heißt, die müssen sich auch schon irgendwo zählen oder auszahlen. Hier könnten wir noch ein paar Shilun bekommen, was sehr, sehr cool wäre. Ja, Edra ist natürlich auch mal cool, weil es sind halt die Drachenvorform. Hier würden wir sogar die Upgrade, einen Reiter der Sümpfer bekommen. Was auch sehr stark ist. Aber ich glaube, das hier wäre noch cool, weil es einfach diese Kombination mit Schadensresistenz ist. Dann haben wir halt brutal. Die können noch mehr Fährkraftresistenz. Einfach die brutale Defensivsau sozusagen. Das wäre genau das Richtige. Ich würde dann hier die Einheiten einfach mal abgeben. Das heißt, hier unsere Shilun reinbringen und auch alles außer einen Schamanen. So, dass wir damit wirklich nur einfach erkunden können und verschiedene Sachen aufsammeln können. Das ein bisschen effizienter ist. Kann ich euch nur noch mal empfehlen. Kennt da aber wahrscheinlich... Oh, 16 Stück. Kennt ihr wahrscheinlich. Ja, von hier. Das ist auch mein Magic, wenn ihr das schon gespielt habt. So, dass er sich halt auch rentiert. Weil wir brauchen die 3000 auch nächste Runde wieder. Und unser Einer kommt hier einfach nicht allein weiter. Ich denke, ich habe gleich mal irgendwann mal so einen kleinen Kampf, wo man sehen kann, wie die Strategie ist. Die geht jetzt schon langsam ein bisschen auf. All mit diesen Slots. Ich habe auch noch ein paar Wächter gefunden oder Wachen gefunden, was ganz cool ist. Und das macht schon ganz schön viel Spaß. Oh, was ich noch vergessen habe. Ah, shit. Wir haben ein paar 1.0 neues Siege-System, Belagungssystems auch dabei. Also die Mauern und so weiter spielen mehr eine Rolle. Kann sein, dass es auch schon im letzten Patch eingefügt worden ist. Aber nur das Bescheid ist. Und man kann es auf dem Steam Deck jetzt sehr gut spielen. Ist natürlich sehr cool, weil ja Heroes & Magic 3 war ja mal auf dem Tablet, falls ihr das noch wisst, vor ein paar Jahren. Aber ihr kennt ja Ubisoft. Das war da nicht ganz so lukrativ oder weiß nicht was. Oder wurde einmal rausgehauen, weil man da keinen Bock mehr drauf hatte. Ich weiß nicht. War ja natürlich der Traum für jeden Spieler, um ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall könnt ihr das dann vielleicht auf dem Steam Deck spielen. Ich habe keins persönlich. Wachte noch auf eine stärkere Variante, falls ich mir sowas gönne. Aber für den Urlaub, glaube ich, eine ganz coole Sache, hier dieses Spiel auch wirklich zu spielen. Ja, aber zurück zum Topic. Wir sind hier bei unserem Bruttümpel, wie ihr sehen könnt. Der wird in zwei Runden fest sein. Hier der Held hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ihr seht unser Kries. Extrem viel hier abgegrast einfach. Oh, da unten sogar noch ein Lager vergessen, weil ich sehr intelligent bin. Und ich glaube, hier oben finden wir noch eine Siedlung. Ihr müsst eigentlich über den Straßen folgen. Habe ich natürlich wieder sehr professionell nicht gemacht. Das heißt, unser Hauptteil steht hier jetzt in der Pampa. Sehr intelligent. Solltet ihr nicht tun. Und wir haben auch die Beber schon abgeräht. Das heißt, wir kriegen jetzt Verwüste und Beber pro Runde. Sodass wir auf jeden Fall schon mal unsere, sag ich mal, Kernarmee durch haben. Wir könnten jetzt auch zum Beispiel Schamanenzelt verbessern. Noch nicht die Shilun, weil wir dafür noch die Pilzzucht brauchen. Dieses generische Goldgebäude. Könnt ihr euch da bauen. Und das müssen wir noch holen, damit wir auch die Shilun upgraden können. Aber hier sind schon einige Shilun, die geparkt sind. Und das sollten wir dann gleich auch nutzen mit unserem neuen Slot. Dass wir da auch wirklich mehr bekommen. Wir haben auch hier, glaube ich, Jäger bekommen. Die könnten wir auch noch rüberbringen. Dann wird unsere Armee schon mal recht schlagkräftig. Durch unseren neuen Hüter und das ganze Geld, was wir geschäftet haben, können wir direkt auf Schimmergewebe gehen. Die Börse sagt, ja. Deswegen können wir hier einmal upgraden für 1.500, 5.000. Und tatsächlich nochmal für 5.000. Das heißt, wir haben dann schon mal drei. Ihr seht es hier oben pro Runde. Extrem wichtiger Wert. Kostet natürlich auch verflucht viel. Aber ihr seht, es lohnt sich nachher auch, weil wir hier das Geld auch wieder reinholen können. Und wir das Einkommen erhöhen können. Und wir könnten sogar schon unsere ersten Fruchtstelle machen, weil wir die Himmelserz-Geschichte haben. Machen wir natürlich auch direkt. Warum nicht? Wir können es eigentlich schon vervollständigen. Dann haben wir das erste Ziel schon mal durch, was wir halt wirklich geplant haben. Können auch die Schamanen noch angehen. Würde ich mir aber erstmal aufsparen, weil wir brauchen das Himmelserz vielleicht noch für andere Dinge. Zum Beispiel hier eben für dieses Upgrade. In der nächsten Runde können wir hier aber schon mal die erste, glaube ich, auch zweite Stufe machen. Was natürlich genial wäre. Und wir können auch langfristig hier noch diese ganzen Arcana-Essenzen und so weiter erhören, um halt das magische Game dadurch immer noch deutlich stärker zu machen oder schneller zu machen. So, schauen wir uns mal diesen Kampf hier an gegen so ein paar Bäschen. Ein bisschen stärkere Gegner. Mal sehen, ob wir da auch diesen Schieß hinbekommen. Wichtig ist halt immer, ganz viel Zeit rauszuholen. Das heißt, diese Bäschen, die sind natürlich nicht so schnell. Wir haben auch eine große Map, was ganz gut ist. Das heißt, wir ziehen uns hier schön mit unseren Schildkröten auch zurück. So richtig schön ätzend gehen wir jetzt nach hinten, während die überhaupt nichts machen können. Das heißt, wir sammeln jetzt erstmal ordentlich Essenzen an, um denen nachher richtig schön ins Gesicht zu geben. Wir kommen jetzt auch in unsere Reichweite von unseren Schamanen. Ihr seht, ordentlich aufgerüstet mittlerweile. Was schon auch eine ganz gute Sache ist, weil unser hier zweiter Held auch ordentlich gesammelt hat. Von daher können wir da ganz gut mit leben. Leider nicht in der Kernschuss-Reichweite. Das macht die KI natürlich auch ganz gut. Und jetzt haben wir ordentlich viele Essenzen. Ihr seht, wir haben jetzt verdammt viel. Wir könnten zum Beispiel hier eine Säurewolke machen. Wir kriegen hier auch 100% mehr Schaden. Denkt dran. Und wir könnten hier 50 Schaden machen. Damit stirbt von jedem von denen schon mal einer. Wir könnten aber auch sagen, okay, ihr könnt euch nicht mehr bewegen, weil wir halt Arcana und Schöpfung sehr viel haben. Also wir könnten auch einfach sagen, no, ihr beide werdet euch heute nicht mehr fortbewegen. Wir können hier auch zurückschieben und so weiter. Das macht den Iraner halt immer ganz cool. Ich finde halt, diese Schöpfungs- und die Arcana-Sachen sind halt die besten Magiesachen, wenn es um so ein bisschen cheesy geht. Ordnung ist natürlich extrem stark zu buffen. Das ist klar. Aber hier halt für dieses Zurückstoß, manipulierendes Schlachtfeld ist das das Beste. Ihr könnt jetzt beispielsweise wuchende Blockaden hier bauen. Ich könnte jetzt hier einfach mal wuchende Blockaden, wuchende Blockaden, mein Gott. Bauen die Kosten nur 5. Dann könnten wir zwei einfach hier hinsetzen. Dann kämen die zum Beispiel nicht mehr an verschiedene Sachen dran. Ich sage aber, ja, wir machen einfach tatsächlich die Giftwolke, setzen die so aber, dass wir am besten unsere Einheiten nicht unbedingt auch töten. Na gut, wir können ja hier unten gehen und wir können nach oben gehen. Das ist okay. Das ist buff. Da kriegen die erstmal schön Schaden. Gleich, wenn die da drin starten, sollten die nochmal Schaden bekommen. Und wir können jetzt tatsächlich auch mit unserem B übervorgehen oder wir debuffen die nochmal, um die Verteidigung herabzusetzen. Ihr seht, unsere eine Schildkröte kommt dran, unsere andere nicht. Ich würde deswegen sagen, wir müssten an B da hier nochmal ein bisschen Schaden machen oder wir könnten halt gleich mit den nächsten Essenzen mal gucken und hier einfach mal angreifen. Also unser Beber hält ganz gut aus. Er sollte einen Schlag von einer Bestie aushalten. Ihr seht aber schon, dass das natürlich Damage macht. Wir können auch hier in dieser Einheit vier Felder bewegen. Das ist nicht zufällig. Es gibt auch bei Chaos die zufällige Variante. Die ist hier nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Wo war das nochmal? Irgendwo. Ich bin mir ganz recht. Ich glaube hier. Ja genau, Chaos-Binzen. Hier können wir es tatsächlich bewusst steuern. Das ist auch extrem stark. Also ich kann diese Einheit einfach hier hintersetzen und den halt komplett aus dem Leben rauskanödeln. Kostet natürlich auch einiges an Essenz, die ich liebe jetzt einfach. Ihr seht, wie viel Schaden wir schon mit so einem Spieß machen. Wazzack. Ihr seht fünf kostet. Ich kann jeweils mal eine Bestie töten und das macht natürlich dann richtig Laune, weil die auch nicht sehr viel insgesamt kostet. So, jetzt gehen wir hier hin und hauen den schon mal um und dann seht ihr, dass wir auch nicht mehr so viel übrig haben. Der stirbt auch und der stirbt auch. Und schon haben wir einen Kampf ohne Verluste im Gegensatz zu dem Ergebnis, das wir vorher hatten, bestritten. Als Ultrafähigkeit, ultimative Fähigkeit, wie auch immer, in dem wir eingestimmt. Essential ist auch ganz cool, bei einem Angriff nur Fähigkeit. Wir werden so schnell Fähigkeiten benutzen. Obwohl, ne, Fähigkeiten sind, glaube ich, nur von den Truppen selber. Das heißt, die würden schon extrem viel hier schaffen, also sehr viel Verteidigung kriegen. Ich glaube, Essenz ist einfach besser, weil wir halt Essenz geben. Ich finde halt, eins ist halt nicht so viel. Also das ist natürlich ganz nett, aber eigentlich ist das sogar noch besser, weil wir dann natürlich so eine richtig riesengemeinen Defensivtruppe werden. Das große Problem ist, was ihr bedenken sollt mit unseren Schildkröten. Dieser Cheese klappt natürlich nicht, wenn ich die Fähigkeit von Schilu und Ältesten nicht benutzen kann, wo ich jedes Mal zweimal die Essenzen sammle. Von daher müssen wir eigentlich eingestimmt nehmen. Ich hätte mir lieber sowas gewünscht, wie, keine Ahnung, Flat-Resistenz oder sonst was, als so ein Essential, was sehr speziell ist. Von daher nehmen wir eingestimmt, wird halt jetzt einfach unser Go-To sein. Da können wir nichts damit machen. Sonst, Goldmine haben wir noch eingenommen und ja, eigentlich jetzt die Stadt, wir müssen jetzt neue Gebäude sein. Wir müssen auch eigentlich hier oben diese Bernstein-Sachen holen, weil ich Bernstein oft geskippt habe, um noch mehr Gold zu bekommen und Erfahrung, weil Erfahrung halt natürlich essentiell ist, könnt ihr euch ja denken. Nebenan finden wir, wie gesagt, an der Straße tatsächlich ein Lager, das natürlich extrem gut wäre, auch früher besser gewesen wäre, aber war natürlich auch eine Truppe, die das beschützt. Hier kann es schon sein, dass wir tatsächlich schon zum Gegner kommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Aufbau war, ob da noch ein Gebiet dazwischen war oder nicht. Ansonsten sind wir hier erstmal geschützt. Hier hinten dürfte wahrscheinlich auch nichts mehr sein, also was keinen anderen großartigen Ausweg gibt. Das heißt, da sollten wir auch mal uns durchhauen, aber das hier wäre natürlich ein extremer Vorteil, weil wir endlich mal ein paar Tauschbörsen setzen können. Ich habe auch noch mal das Hauptgebäude abgegradet, das heißt, wir haben noch mal mit am Platz, würden noch ein Schildun-Heiligtum nehmen, um einfach diese Schildkröten zu maximieren bis zur Unkenntlichkeit, dass wir da wirklich einen Vorteil bekommen. Da müssen wir aber erstmal noch ein paar Ressorts zustande kriegen. Wir müssen noch einmal upgraden, das ist eigentlich das Wichtigste, was wir gerade haben, 60 Vols, aber hart, um eben die zweite Forschungsgeschichte, Drachenpyramide zu bekommen, um dann, wenn wir dann antiken Bernstein haben, wofür wir in den Norden müssen, nervig, dann können wir nämlich unsere Strategie halt durcharbeiten und tatsächlich die Gegner am Eingehen und auslöschen. Kämpfen werde ich solche kleinen Kämpfe, wie jetzt wo einfach steht, auch nicht mehr zeigen. Es geht eigentlich nur darum, dass wir nachher gegen KI mal kämpfen oder ich halt wirklich etwas mehr Herausforderung kämpfe, wie jetzt eben den Kampf mal zeige. Aber wenn da einfach steht, sollten noch mal Verluste im Auto-Resolve sein, aber eigentlich mit der Strategie, die wir hier fahren, nicht mehr im selbstgemachten Modus, also manueller Schlacht. Und in unserem Haupttheld bewegen wir uns jetzt mal hier und clearen das Ganze hier. Ist immer sehr ineffizient, aber ist nicht anders zu gehen. Ich muss aber eh nochmal zurück, um meine Ältesten halt wirklich zu erhalten. Und wir müssen oben die Bernstein-Mine holen. Unser zweiter Held sammelt hier jetzt einfach mal allen Crap auf, die wir hier herumliegen haben. Ich brauche die Expedia zwar eigentlich auch, um noch mehr Level zu haben für unseren Haupttheld. Ist extrem wichtig, kann ich nur nochmal sagen. Aber es ist halt einfach wichtiger, dass wir auch ein bisschen Effizienz haben. Nicht sehr viel, aber ein bisschen. Ich könnte auch einen dritten Hüter holen, kostet natürlich wieder 3.000. Wäre aber noch eine Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir holen jetzt noch einen, um hier ein bisschen mehr zu clearen. Bin mir aber noch unsicher, ob die 3.000 nicht besser angelegt sind. Irgendwas anderes. Upgraden können wir momentan noch nichts. Wir brauchen hier einen Unterstand, was ich schon mal komplett gefailt habe. Das heißt, ich werde hier einmal eine Pilze abweißen müssen und einen Unterstand bauen. Dann können wir das hier schon mal upgraden, denn wir haben Schimmergewebe ja genug. Wir können noch nicht weiterhin einen Shidun bauen, weil uns noch immer diese Blöde Erz fehlt. Also sollte ich eigentlich, oder Bernstein fehlt, eigentlich hier oben hingehen. Aber das ist so weit weg, dass ich eigentlich erstmal hier unten clearen will, alles upgraden und mitnehme und dann nach oben gehen will. Das wäre eigentlich, glaube ich, am effizientesten. Von daher würden wir das auch machen. Die sollten nämlich auch abholen, genau. Und ihr seht, wir könnten ja, Income ist so eine Sache. Nein, ich würde lieber noch Kommandieren nehmen, auch wenn ich natürlich gerne die Zauberschadenstärke noch hätte. Aber dieses, mehr Slots haben, ist auch schon recht wichtig. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen Sichtradius tatsächlich nur. Das würden wir jetzt alles natürlich einsammeln. Das ist klar, müssen wir einfach machen, weil ich da jetzt nicht für den Zweithelden lange wachte. Und dann können wir uns nach Norden bewegen, alles upgraden und dann sollten wir eigentlich eine ziemlich starke Truppe haben, die massiv viele Essenzen rausballert, um das Spiel so richtig schön schießen zu können. So sieht unsere Truppe jetzt aus. Sehr beeindruckend, würde ich sagen. Shidun Elste, wir können auch Fall All In gehen, werde ich auch nachher machen, wenn ich so merke, dass die ersten, sag mal, Prozente erreicht worden sind, wo ich sage, ich habe fast überall 20 aus Decks bei 5, 6 Slots. Momentan sind die Schamane natürlich super einfach als Backliner und die Bebe einfach nur für mehr Essenzen und halt noch für diesen Debuff. Die werden aber definitiv nur ausgetauscht werden, wenn wir halt genug von diesem Zeug haben. Momentan haben wir das nicht. Deswegen sind wir froh, dass wir die Bebe noch im Hintergrund haben. Konnte ich mir jetzt aber eh nicht leisten, weil eigentlich reicht das hier, was wir haben, dicke, um schon mal einen guten Push zu machen. In der zweiten Stadt können wir jetzt einfach unser Drachan Pyramide bauen, auch ohne Holz zu haben, aber halt wirklich nur immer nicht haben. Ist aber gar nicht schlimm, denn das zweite Lager hier ist eigentlich, soweit ich das sehen kann, komplett safe, was wirklich eine coole Random Map ist. Holy Shit. Ist perfekt für unsere Ein-Igel-Strategie. Das heißt, wir können das ganz gemütlich ausbauen. Ihr seht, ich habe einfach nur zweimal Tauschplatz gemacht. Warum? Jeder Tauschplatz reduziert eure Marktwert, sag ich mal. Das heißt, ganz wichtig für euch, wenn ihr spielen wollt, auf jeden Fall darauf achten, viele Tauschplätze zu bauen. Gerade bei kleinen Siedlungen bietet sich das an. Da kriegt ihr ja nur einen mittleren Slot. Einfach Tauschplätze rein. Die sind meistens auch in so Verkehrslinien, die sind meistens oft eingenommen. Das ist deswegen umso besser. Dann könnt ihr auch, sowas wie jetzt im Bernstein nicht gekauft haben, auch relativ, naja, relativ günstig machen. Mit zwei ist es noch nicht ganz so günstig. Eigentlich würde es sogar anbieten, hier nochmal einen Tauschplatz zu machen, bis wir uns das Heiligtum halt leisten können. Weil das einfach, glaube ich, recht effizient wäre. Wobei ich hoffe, dass wir jetzt, wenn wir das hier oben freigeschaltet haben, da hinkommen, wo ich halt hin will. Und dass wir dann auch genug Schillungen produzieren. Zwei können wir aushalten. Ich glaube, drei wäre zu viel, weil wir kriegen ja nur drei pro Runde. Drei könnten wir natürlich nur aushalten, aber dann könnte man nicht konstant die bezahlen, weil wir auch noch irgendwie Forschung pushen müssen usw. Übrigens die Schamanen-Forschung komplett auch durchgeballert, weil ich einfach dachte, ja komm, die 50 Truppen werden doch gar nicht schlecht. Hier sind wir noch nicht ganz durch, aber das würden wir uns auch als nächstes holen. Das heißt, wie unser Fortschritt kommt, wir brauchen halt nachher jetzt eben noch ganz viel antiken Bernsteine und das bricht hart, außer eben mit den Tauschplätzen. Gehen wir hier einmal in dem Kampf unsere Ältesten im ersten Einsatz. Wir haben also jetzt mit dem hier schon mal drei Essenzen produziert und wir können jetzt nochmal sagen, wir möchten gerne diese drei Essenzen nochmal haben. Und das mit jeder von diesen verfluchten Schildkröten. Also Downside ist natürlich, diese Viecher sind so scheiße langsam, das ist brutal, aber warum müssen die schnell sein, wenn ihr halt, wie wir sehen könnt, so viel Essenzen innerhalb von einer verfluchten Hunde produziert, was natürlich extrem enorm ist. Problem ist natürlich, hier diese Gebeine zum Beispiel, haben wir die Zauberresistenz. Dadurch können wir die jetzt nicht irgendwie komplett umschießen, sag ich mal, mit unseren Zaubern. Was wir natürlich machen können, sind halt die Ranke, die wir hier aufstellen, so dass die zum Beispiel jetzt nicht an uns rankommen, wie diese Gebeine. Das heißt, wir haben dann noch eine Runde Puffer und wir könnten halt auch sagen, ihr könnt euch gar nicht bewegen. Was wir natürlich trotzdem machen können, ist schon mal die Toxikologinnen verletzen. Da können wir sechs Schaden machen, was natürlich auch enorm ist, weil diese Viecher halt dann nicht so viel aushalten und uns dann auch nicht auf so sehr auf die Nerven gehen. Das heißt, wir hauen da einfach schon mal drauf. Och, guck mal, ich habe auch irgendeinen Erfolg freigeschaltet. Die gab es, glaube ich, letztes Mal noch nicht. Das ist fünf Zauber im selben Truppenzug, das habe ich aber schon häufiger mal gemacht. Aber nett, das zu bekommen. Ja, und dann sind sie jetzt in den Reichweiten, die Gebeine. Die sind natürlich auch immer extrem zäh, die Viecher. Aber ihr seht jetzt, was soll die noch großartig machen? Also es ist nicht mehr viel übrig. Ich kann jetzt hier auch wirklich die Viecher komplett ausrotten, wenn ich das möchte. Ich kriege auch noch immer Gift durch die Zauber, ich kann die Initiative nochmal senken, sodass wir hier zum Beispiel auch noch einen Vorteil hätten. Wobei die Verwüste halt tatsächlich nicht so nützlich sind, weil wir nur vier Stück, ich habe die einfach nur gefunden irgendwo, nur vier Stück haben. Wir haben auch, glaube ich, noch Essenz-Technisch nur eins, was halt sehr erbärmlich ist. Gut, das ist halt so lange, die auf unsere Schildkunde schießen. Ihr seht, wie wenig Schaden die machen, das bringt halt gar nichts. Aber hier, wenn die auf die Schamanen schießen, dann haben wir natürlich, ja, in Anführungszeichen ein Problem, jetzt auch nichts Gravierendes. Aber, ja, natürlich trotzdem ärgerlich, wenn wir da halt Sachen verlieren. Ähm, ja, wir werden jetzt hier nochmal die Essenz uns gönnen, weil wir halt überhaupt nicht da hinkommen. Ihr seht es schon. Wir könnten jetzt nämlich hier dem Viech einfach sagen, du darfst dich jetzt einfach mal nicht bewegen, weil da habe ich keinen Bock drauf. Und wir könnten hier noch einmal drauf geben, dass das vielleicht ein bisschen Initiative verliert. Das haben wir nicht auch geschafft. Und dann können wir nämlich hier nochmal schön upgraden. Der kann sich nicht bewegen. Ihr seht, das Prinzip, es ist extrem cheesy. Ich liebe es. Das ist extrem gut von diesem Spiel, dass man hier wirklich sehr viel manipulieren kann. Das macht einfach richtig Laune. Wollen wir mal die Viecher da hinten ab, damit die uns nicht mehr auf den Nerv gehen mit ihren Gedöns. Und, hm, hm, ja, dich könnten wir angreifen, aber eigentlich auch, obwohl der wird den eigentlich, hm, ja, ich glaube, ich greife jetzt tatsächlich an, auch wenn die Verwüste relativ squishy sind. Ihr seht es, da haben wir natürlich auch da vor allem verloren. Die sind mir aber momentan, ehrlich gesagt, nicht so wichtig. Von daher ist das schon okay. Und ja, dann hauen wir einfach hier nochmal drauf und dann ist das Ganze eigentlich auch gegessen. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir noch genug Essenzen haben. Ich muss immer mal jetzt auch hier rein. Schon Nebel ist übrigens auch ein extrem starker Zauber. Den sollte ich auch nicht vergessen. Wir können hier auch Odensphönix noch machen. Das heißt, wir könnten jetzt auch hier 8 Schaden machen, um das Ganze einmal durchzubauen. Das ist so ein Kombinationsangriff und könnten dann hier zum Beispiel noch das hier benutzen und schon sind wir durch. Perfekt. Ihr seht also, die Strategie ist sehr cool. Wir haben jetzt zwar einen Verwüste verloren, ich glaube, den hätte ich nicht mal verlieren müssen, ehrlich gesagt. Und einen Schamanen. Und wir haben tatsächlich auch einen Ältesten verloren. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das war wahrscheinlich der, der vergiftet war. Naja, gut. Ist ein bisschen ärgerlich, aber man muss auch sagen, diese Gebeine sind halt natürlich ein extremer Konter für uns. Da müssen wir immer gut drauf aufpassen. Nehmen wir jetzt so hin, aber ihr versteht hoffentlich die Strategie, auch wenn ich die wahrscheinlich besser hätte spielen können. Eben durch Verschleiern kann man zum Beispiel seine Truppen immun machen. Das wäre natürlich auch ein großer Vorteil. Wir sehen die erste KI hier. Rechts Bruder Hüller. Wieder mal Lot. Ich hasse Lot. Ey, abgrundtief. Glück habe ich schon irgendwie sowas im Urin gehabt. Ich bin jetzt schon mal zurückgegangen. Nicht gedacht, dass das kommen wird. Ich habe nach die Siedlung eingenommen, aber ich dachte mir, da wird jetzt was kommen, weil das ist nämlich immer so, dass das Zwischengebiet relativ umkämpft. Und die KI ist natürlich typisch, ihr kennt ja KIs, sodass sie einen natürlich auch ein bisschen smellen kann, also riechen kann. Tatsächlich. Die weiß immer genau, wo du dich gerade befindest. Die hat so einen sechsten Sinn dafür. Und wenn die so ankommen, so aggressiv wie der jetzt gerade, heißt es auch eigentlich, dass wir nicht ganz so stark sind. Aber nicht unbedingt. Also ich sag mal, mit unserer Strategie können wir schon ein bisschen was aufhalten. Aber ich glaube, dass das schon, so ist, dass wir erstmal Verstärkung holen. Also wir sollten ja nicht uns jetzt schon verausgaben. Das wäre nämlich ziemlich dumm. Deswegen werden wir auf jeden Fall hier mal ein bisschen umsortieren. Du kannst auch den ganzen anderen Schrott nehmen. Ich habe hier noch ein paar Sachen rübergeholt. Aber ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall noch die Schamanen upgraden. Weil wenn wir nicht upgrade Schamanen haben, Upgrades in dem Spiel sind extrem wichtig. Nehmt es euch mit. Das ist wirklich essentiell, dass ihr da gescheite Upgrades macht. Also wirklich eins der wichtigsten Dinge. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich hier ein bisschen rübergebe und dann hoffentlich schnell genug wieder zurückkommen kann. Mal schauen. In dem Spiel kostet Upgraden halt so viel Asche, ey. Ich kann nicht mal diese blöden Schamanen upgraden. Das heißt, wir werden jetzt in der nächsten Runde gucken müssen, ob wir die Beber jetzt rausnehmen. Wie wir das genau vorgehen. Ich gehe noch einmal zurück und dann werden wir oben angreifen. Ich glaube, ich kann jetzt hier auch die Tauschplatz abbrechen. Stimmt, das sind nochmal 1.500 Gold. Ich glaube, um ein Stack Schamanen upgraden Grain braucht hier 7.000. Extrem viel. Er hat es durch. Er zieht sich gerade zurück. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn er von uns wegläuft, heißt es eigentlich, dass er uns nicht besiegen kann. Er heißt aber nicht, dass er noch eine zweite Truppe oder dritte Truppe nicht in der Nähe ist. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Wenn wir unsere Siedlung vielleicht auch wieder zurückholen. Wann ich auch dringend Geld, ne? Ich müsste halt tatsächlich nochmal einen Siedler, würde ich schon sagen, einen Hüter holen. Oder ich lege halt seine Einheiten alle ab. Die Hüter, soweit man, weil ich das jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe, die man halt schon gekauft hat kriegt und auch kostenlos wieder. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich, Entschuldigung, ich meine natürlich, dann könnte er jetzt theoretisch sagen, okay, wir setzen jetzt hier einen Jäger rein und nicht so wie ich jetzt gerade zehnmal hin und her gehe und schmeißen den jetzt raus und gehen mit dem einen dann nach oben und hoffen halt, dass wir den dann nachher wieder kostenlos zurückkriegen können. Brauchen halt auf jeden Fall auch das Geld, was hier rumliegt, weil die KI schietet eh ohne Ende. Das heißt, die braucht es nicht. Aber jedes Mal, wenn ihr uns hier die Sachen klaut, kriegen wir das Gold halt nicht. Und ihr seht, das Gold ist halt extrem wichtig. Wir kriegen nicht mal unsere Armee, die ja jetzt nicht irgendwie auf Masse irgendwo ausgelegt ist, irgendwie ausgestattet, weil wir halt für Upgrades schon 7000 brauchen. Das ist schon extrem viel. Jetzt sehen wir hier tatsächlich den Gelben. Der Rote ist ja da hergekommen. Ich bin gelb, ist dann oben rumgekommen. Boah, jetzt haben beide rumlaufen. Ich weiß nicht, ob die sich getroffen haben. Ich kann das ja leider von hier aus nicht sehen, was die getroffen haben. Ich müsste also noch näher rangehen. Das tue ich natürlich nicht. Ich hätte auch gehofft, dass der Rot uns mal irgendwie ein Gebäude gebaut, aber Vielanzeige. Leider nicht so schön, weil ich hatte gehofft, dass wir die dann übernehmen können, überschleifen oder eben einfach direkt nutzen. Ich hoffe einfach mal, dass sich jetzt Gelb und Rot irgendwie vermöbeln. Der Gelb baut auch was. Also wenn wir es wieder zurückerobern sollten, haben wir da schon mal einen Vorteil, was natürlich gar nicht schlecht ist. Sonst bin ich mit unseren Helden hier runtergegangen, um mal den restlichen Müll hier noch aufzusammeln. Einfach weil, ich denke, das hat einen Vorteil, hier die XP mitzunehmen, weil die Gegner sind alle Level 15. Was schon brutal ist in meinen Augen. Aber ja, damit müssen wir halt umgehen. Ah, so ein bisschen bedrohlich. Der Gelb ist tatsächlich komplett nach unten gerusht. Bin nicht zurückgegangen, weil ich, ich kenne das Spiel. Man muss auf jeden Fall nicht angreifen, wenn man nicht 100% sicher ist. Wenn er so aggressiv nach vorne geht, immer zurückziehen. Hört sich blöd an, aber ist leider beim Spiel so, weil das sehr schnell, sehr dynamisch schnell wirkt. Was wir jetzt machen können, ich habe nicht noch einen Markt hier unten gebaut. Ihr seht drei verfluchte Märkte. Der Markt ist ja leider nicht durchgekommen. Dadurch können wir halt jetzt einfach sehr gut handeln. Ihr seht 2500, ich habe es ja eben eingeschätzt, 2500 würde es sein. Ist auch so. Damit können wir uns schon mal ein bisschen was pushen, theoretisch. Das Problem ist halt, die ganzen Rekrutierungen sind natürlich auch noch sauteuer. Wenn ich nochmal unsere Ältesten haben will zum Beispiel, da seht ihr schon, da sind wir schon wieder einiges weg. Könnten uns aber jetzt die ersten Buffs halt für unsere Rana holen. Also entweder holen wir uns für die direkt, dann müssten wir eigentlich aber direkt zu den letzten Punkt kommen. Oder weil wir halt alles Rana haben, wäre auch eine Option zu sagen, okay, wir pushen erstmal hier defensiv und so. Gehen erstmal auf diese Sachen. Kostet allerdings auch nochmal massiv Geld, wiedersehen können, was wir uns einfach nicht leisten können. Das ist wirklich problematisch. Er haut hier irgendwo, steht hier oben. Ich hoffe, dass er so komisch abgebogen ist. Das ist ein gutes Zeichen, dass er Angst vor uns hat. Aber ich kann es nicht genau sagen. Tja, die KI hat uns leider massiv getrickt. Hier oben ist ein Held mit einem Militionär oder so. Und ich habe totalen Panikmonus geschoben. Bitter. Ich weiß gar nicht, ob die andere Armee jetzt größer war. Aber das ist aber echt bitterlich, ey. Ja, wir werden jetzt einmal umklatschen. Ihr seht, ein bis fünf Militionärer. Ich habe mich richtig nerven lassen. Warum hat er so ein komisches Bild? Was war das gerade? Das ist normal. Das sah ja komplett komisch aus. Ja gut, aber da habe ich mich leider komplett reinlegen lassen. Sehr ärgerlich. Wir haben hier noch ein bisschen Nachschub drin. Das heißt, wir können jetzt hier auch mit ihm zum Beispiel noch diese 50 mitnehmen. Aber mit denen können wir halt keinerlei größere Armee jetzt machen. Wir haben jetzt auch unten alles ja gecleared. Das ist eigentlich ja auch nur noch für Nachschub da. Deswegen setzen wir es tatsächlich besser hier rein. Auch wenn das irgendwie ein bisschen komisch wirkt. Aber der kann niemals irgendeinen Kampf bestreiten. Von daher schmeißen wir den einfach dann so rein. Und können ihn eigentlich nur Nachschub liefern. Wir können jetzt hoffen, dass wir vielleicht noch erreichen. Ne. Können wir hier noch einmal Truppen nachliefern. Ich will jetzt auf die Verwüster gehen, denn die kriegen auch tatsächlich mehr, also Verwüster plus halt unsere Schildkröten, weil die auch nochmal mehr Zerstörungseszenz bekommen. Plus halt die Schamanen kriegen es auch noch. Nur ihr seht natürlich, die Kosten sind abartig. Ein bisschen schlimmer Gewebe kommen wir noch klar. Aber noch immer der Bernstein ist halt brutal. Und ja, die Verwüster selber kosten auch nochmal enorm viel. Das momentan unsere Armee, wie ihr oben sehen könnt, ist ganz gut. Aber ob wir da jetzt riesige Armeen brechen, ich bin mir sehr unsicher tatsächlich. Wir sind nach oben gegangen, da kam auch nichts mehr, da kam noch eine Armee mit keinen Truppen. Ich hoffe einfach, dass die sich mit Rot jetzt wirklich, wie wir es geplant haben, aufgerieben haben. Das wäre natürlich am idealsten. Oh, ich dachte, ich könnte die Truppen trotzdem geben. Wir bekehren das Ganze, weil er hat genau das gebraucht, was ich wollte, nämlich upgrade Moneymaker und einen Marktplatz. Genau das ist so. Dann kriegen wir noch bessere Rationen. Dann sollten wir jetzt langsam dann doch mal unsere Forschung pushen können. Ich muss auch immer daran denken, hier weiter auszubauen. Einfach noch mehr Pilz. Ich brauche hier wirklich nur Pilzzucht nach Pilzzucht. Ich habe ein Schamanen-Set hier schon dabei, das reicht erstmal. Und sonst geht es eigentlich nur darum, hier die ganzen Pilzzucht abzugraden. Mehr nicht, damit wir hier wirklich maximal Geld kriegen. Holz brauchen wir noch immer unendlich. Also eigentlich ist das auch sinnvoll abzugraden und dich bitter dafür, das Geld auszugeben. Aber eine andere Wahl haben wir jetzt auch nicht wirklich. Geld ist halt in diesem Spiel massiv brutal. Merkt es euch. Also ihr müsst es immer haben. Gold ist unendlich wichtig. Jetzt ist Rot schon wieder da. Ich verstehe das nicht. Gehen die sich aus dem Weg? Spielen die miteinander? Habe ich Teams eingestellt? Sehr merkwürdig. Wir sind nach vorne gekommen. Hier war nichts mehr, außer wie gesagt, so kleine Armeen. Ich bin jetzt mal hier rüber gegangen und dachte, ja, jetzt könntest du mal dreißen, aber dann kommt auch immer Rot. Es ist halt wirklich faszinierend, wie die hin und her springen. Aber das Gute ist halt, wenn wir das jetzt killen, also den umbringen, werden wir wahrscheinlich sehr viele gute Gegenstände kriegen, weil die KI kriegt die halt tatsächlich hinterher geschmissen. Wir können sogar theoretisch uns hier noch ein bisschen aufrüsten, obwohl ich weiß gar nicht, was wir das schaffen. Doch, wir könnten einen Güter holen und den Messer Armeen holen. Aber ihr seht, ihr habt eigentlich eine ziemlich gute Armee. Wir haben Reiter der Symphonen upgrade, einfach durch Runden vergehen lassen. Ihr seht schon, Runde 45 und wir haben halt Bereisdecks unserer Chilun Elsten. Ja, ich hätte gerne die Schießstrategie gemacht, aber ihr merkt schon, die KI ist auf Herausforderung schon so weit, dass ich könnte da jetzt nicht nur mit Schildkröten angehen. Da müsste ich jetzt schon wirklich, ich meine, ich könnte sie jetzt alle verteilen, das schon, das ginge. Das Problem ist halt, dass diese, wo sind sie, Sinneschalen, ne, die Gebeine hier, Gesinkengebeine, dann kaum zu töten sind. Weil die Armee müsste man eigentlich auch damit hinbekommen, nur ich kann jetzt nicht mehr wechseln. Aber ich muss sie auch stark genug sein, weil ich denke, das Geld hatte. Dann hat er sich hier wirklich unten einfach nur stehen, weil er hat nämlich unser Himmelserz plus und das ist halt wichtig, weil sonst kriegen wir die Ressourcen nicht dazu. Was wir jetzt noch machen können, bevor wir den Kampf eingehen, um wirklich da einen guten Vorteil zu haben, ist halt das, was ich eben schon mehrmals meinte. Ihr seht, wir haben noch einen Tauschplatz. Jetzt einfach wirklich reinhauen und unsere Ältesten nochmal upgraden. Können natürlich auch, wie gesagt, die hier upgraden, weil die auch eine Zerstörungsdessenz bekommen. Da wir aber drei Stacks haben, gehen wir natürlich erstmal auf unsere Chilun-Ältesten. Das heißt, wir ballern jetzt wirklich das gesamte Gold raus, auch wenn das natürlich wieder extrem weh tut und holen uns hier die Zerstörungsdessenz. Das heißt, jetzt, wenn wir mal gucken, hat jeder einzelne, nein, ich will nicht die Puppen auflösen, sagst du es mir bitte? Zwei Schöpfungen, ein Arcana, eine Zerstörung und kann ja nochmal in der Runde, wo sie dran sind, nochmal ihre ganzen Essenzen geben. Das heißt, wir haben natürlich massiven Vorteile. Das Einzige, was wir noch nicht haben, weil wir halt einfach die Level nicht haben, dementsprechend haben wir noch keine Zerstörungsenergie, äh, Magie. Wir haben das Angeboten bekommen, aber ich hab die Schöpfungsmagie genommen, weil sie einfach besser ist. Ja, und das ist unser Equipment auch nicht gerade beeindruckend. Deswegen wäre es gar nicht schlecht, eben etwas abzunehmen. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Klar ist für mich, die Jäger, diese Sturmjäger, Sturmwachen, sind absolut austauschbar. Ich hätte auch tatsächlich Radar buffen sollen, weil das sind alles Radar, wie wir haben. Das hätte wahrscheinlich einen besseren Effekt gebracht. Aber wir haben drei Stacks Shilun, also die Schildkürten, von daher müsste es eigentlich passen, aber er ist schon Level 19, was natürlich komplett lächerlich ist und hat 50 Verteidigungen und 33 Offensive. Wir haben 14 Offensive, 22 Verteidigungen. Was natürlich maximal lost ist, ganz ehrlich. Trotzdem hat er noch Arcan-Magie, Verstörungsmagie, hat Listig, was auch glaube ich ein Anfang buff, was sehr schlimm ist. Und ja gut, eingestimmt haben wir ja auch, aber es ist natürlich, was er da hat. Das heißt, er hat so krasse Gegenstände, dass das jetzt noch tatsächlich eine harte Schlacht werden wird. Vorteil ist, unsere Sturmwachen sind recht schnell. Gut. Ja. Das war es dann eigentlich schon mit den Vorteilen. Ansonsten sind nämlich alle seine Einheiten schneller als unsere, weil er wahrscheinlich wieder gute Schuhe und so weiter bekommen hat. Wie gesagt, Level 19, wir sind Level 13, ist natürlich auch brutal. Und wir werden halt auch kaum Schaden machen, muss man immer dran denken. Es ist leider sehr unangenehm. Aber wir können nichts da machen können. Hier, der kommt nur an unsere Schildkröte momentan, was ganz gut ist. Die Ratten kommen noch nicht mal an, wobei er die natürlich teleportieren kann. Weil ihr seht, er hat ja auch Arcana Essence. Und ihr wisst ja noch von, was ich erzählt habe, dass wir eben mit Arcana Essence dieses Dimensionsportal machen können. Das heißt, das wird er auch auf jeden Fall nutzen. Wir müssen unsere Fernkämpfer also gut abdecken eigentlich. Ist aber natürlich sonst ist die Armee, ja ist okay. Also es ist nicht übertrieben stark. Gut, jetzt wird er erstmal so Sturm machen schon mal weg, frühstücken. Sehr ärgerlich. Aber Schildkröten angreifen ist okay. Das wollen wir natürlich, dass die Schildkröten angegriffen werden. Ja, und dann haut er uns schon mal hier den Damage rein. Ja, Problem ist halt, wenn jetzt da irgendwelche Sachen kommen, die natürlich noch irgendwie uns richtig wegmachen, dann haben wir ein Problem. Einfach deswegen, weil wir halt nachher ja noch mehr Armeen bekämpfen müssen. Das ist immer das große Problem dabei. Und die KI ist ja sehr nett und will uns ja immer besuchen. Ist natürlich eine freundliche Geschichte an sich, aber auch sehr anstrengend. Ja, ich denke, den ersten Schuss. Machen wir hier den Geistersperr. Die haben wir natürlich, wie ich eben meine, Dimensionsportal benutzt. Zum Glück nicht mit den Ratten. Die Ratten finde ich noch schlimmer, wenn die da vorne teleportiert werden. Und ja, wir müssen, glaube ich, unsere Schamanen hier einfach offen. Die können wir auch relativ gut nachproduzieren. Ja, ist auch nicht so viel Schaden gewesen tatsächlich. Und schade, dass der jetzt erst dran ist. Da seht ihr halt wieder, wie krass der Buffs haben muss, auch von Bewegung her. Weil die Viecher sind eigentlich sauschnell. Also wirklich brutal schnell. Und dass die hier nicht mal, ihr seht, wo sind die dran? Da hinten, dass die da hinten erst dran sind, ist natürlich enorm schlecht für uns. Weil die haben eigentlich eine sehr hohe Initiative wert in 24. Aber irgendwie, ja, irgendwie ist das aber auch, glaube ich, genervt worden. Kann das sein? Ich weiß es nicht ganz genau. Aber wir haben halt die Möglichkeit, hier jetzt theoretisch zu chargen. Dann kriegen wir natürlich wesentlich mehr Damage. Aber ihr seht halt, dann sind alle vor uns dran. Dann sind diese 30 Sturmreiter oder wie heißt das nochmal? Verwüster auf jeden Fall sehr schnell tot. Und das ist, ja, was ich halt machen kann, ist ihn tatsächlich nach vorne schicken. Hier so eine Legion kaputt machen. Die machen wir natürlich massiv Schaden zurück. Oder halt das Viech da kommt man und ihnen dann den Nebel geben. Kostet aber sieben Schöpfungen natürlich. Wir haben, ja, keine Todeswolke oder Säurewolke dann zu machen. Was eben auch nicht so geil wäre. Aber es wäre vielleicht die Option, ne? Werden unangreifbar, bis die Selbstangreifen, eine Fähigkeit einsetzt oder die Zauberdauer endet. Ähm, die Selbstangreifen, genau. Also nicht, dass ich irgendwann vergesse. Ja. Also das heißt, wir könnten jetzt theoretisch nach vorne und hier schon mal Schaden machen. Würde uns natürlich extrem viel kosten. Aber die Viecher sind ja zauberresistent. Muss man immer dran denken. Können auch eben die Legion angreifen. Können auf jeden Fall jetzt nach vorne gehen. Das kann man schon mal sagen. So. Jetzt kann ich nicht zwei bis drei bei denen töten. Ich glaube, das ist es tatsächlich wert. Auch wenn wir jetzt viel verlieren, das ist uns relativ Wurst. Nehmen jetzt hier auf jeden Fall schon mal den Zauber. Ups, jetzt habe ich den zweimal angewandt. Das war ziemlich dumm. Aber gut, so bin ich manchmal. Ähm, sonst gehen wir hier mit dem einmal vor, um unsere Schamanen zu schützen. Gönnen uns natürlich die Essenz. Das kennt ihr ja mittlerweile. Um eben auch hier den Vorteil zu haben. Und dann gucken, was wir am Ende der Runde machen können. Okay, man merkt, die KI ist tatsächlich deutlich intelligenter geworden. Also diese ganzen Cheese, die gehen gar nicht mehr, wenn ich das so sehe. Weil die KI tatsächlich hier Essenz vernichten macht, hat auf beide meine Schildkröten. Das heißt, diese Schildkröten sind ja dann komplett nützlos im Prinzip geworden. Aber ich habe gerade gedacht, warum habe ich gar nichts. Ja, das liegt daran, weil die das tatsächlich brutal ausgenutzt haben, dass ich da nicht wirklich was gegen machen kann. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich ärgerlich. Das heißt natürlich, jetzt sind wir ziemlich in Gefahr, weil wir gar keine Essenzen haben. Ich kann jetzt hier die zwei töten und das war es dann eigentlich auch schon. Also mehr kann ich tatsächlich nicht mehr machen. Boah, das ist natürlich echt bitter. Also richtig bitter. Und er kann uns halt wirklich vorführen, wie er will. Und irgendwie hat er auch, glaube ich, unseren Zauber hier dispelt. Gibt es irgendeine dispelt? Weiß ich jetzt nicht genau. Er hatte doch den Zauber erst nachher drauf bekommen. Warum kann ich jetzt nicht? Hm, der merkt ruhig. Ja, das ist natürlich nicht so gut, sag ich mal. Ähm, denn dann sterben die jetzt auf jeden Fall alle, wie ich eben schon prophezeit habe. Ja, die sind ganz langsam. Das ist kein Problem. Ja, die kommen da, glaube ich, gar nicht hin. Das heißt, ich würde natürlich versuchen, möglichst hier was rauszunehmen, was ziemlich ärgerlich stark ist, wie die Viecher zum Beispiel. Die sind extrem ätzend. Ja, die können einfach hier schon mal ein bisschen was in den Fernkämpfer poken. Aber, ja, die sind schon mal nutzlos. Das ist gut. Trotzdem, brutal. Wir werden alles verlieren jetzt hier von den Sachen. Wir kriegen jetzt ordentlich die Mütze. Wir haben natürlich auch einen Nachschub, aber dass die jetzt halt angegriffen werden können, ich bin echt sprachlos, warum die das können. Wir werden erst mal die Legion hier töten, damit wir die einfach loswerden. Das ist auch ganz wichtig. Oder die Geister kommen natürlich früher wieder dran. Die Legionen müssen auf jeden Fall sterben. Aber die anderen Seite können meine Reiter die wahrscheinlich auch töten. Von daher können wir uns erst mal um die Viecher hier kümmern. Die sind nämlich auch sehr nervig. Ey, wir kriegen auch mal wieder Essenzen. Der hat noch immer hier, ihr seht noch immer diese Vernichtung drauf. Ist halt komplett lost. Da können wir ja wirklich gar nichts gegen machen. Dann können wir mit den Schildkröten auch in den Nahkampf gehen. Das ist ja auch egal. Die sind ja trotzdem sehr stark, wenn sie einmal nach vorne gehen. Können, sage ich mal. Wir kriegen halt wie gesagt hier nichts. Hier können wir einmal ein bisschen was in der Linie angreifen. Da stehen aber nur die beiden. Mehr haben wir tatsächlich nicht. Und dieses Immunwerden, was irgendwie nicht geklappt hat. Ich weiß nicht genau, warum das nicht funktioniert hat, dass der immun geworden ist. Weil wir haben, ich habe es richtig angewandt, dachte ich eigentlich. Müsste ich nochmal im Nachhinein schauen, was da passiert ist. Ja, das auslöschen. Ich meine Gewinntum auf jeden Fall. Aber die Schäden sind natürlich brutal. Aber ja, machen wir nichts dran. Oh, du kannst nur 0 oder 1. Hätte ich eigentlich ein bisschen mehr gehofft. Dann bringen wir auch, bringt auch alles nichts. Wir haben halt wirklich gar nichts an Essenz. Na, hier können wir einmal den damit befeuern. Vielleicht können wir dann 0 bis, nee 2, 1 bis 2 schaffen. Nee, auch nicht. Hm. Das würde natürlich auch nicht helfen. Vielleicht? Nee, auch nicht. Das sind ich jetzt bitter, weil ich hatte eigentlich gehofft, wir können den jetzt töten. Achso, damit vielleicht? Nee, auch nicht. Das ist leider alles zu wenig. Sehr, sehr ärgerlich. Das Gebein mal zurückgestoßen und gehe jetzt auf die Ratten, auch wenn die noch immer sauviel Schaden machen können jetzt. Aber damit sollten wir jetzt eigentlich relativ gut das Ganze brechen können. Auch wenn natürlich diese blöden Fernkämpfe noch immer viel zu sehr in Freiheit sind. Hm, da habe ich die Ratten töten. Bringt das was, die Ratten zu töten? Ich meine, Essenzen wären vielleicht wichtiger. Die haben übrigens noch immer diese minus 100%. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen kann. Also schon sehr beeindruckend, wie die KI das benutzt. Schon sehr intelligent. Schade eigentlich, weil dafür hat die KI zu viel Boni, als dass ich das als super gut empfinden würde. Können natürlich hier die 100% drauf tun und hoffen, dass wir hier vielleicht nochmal irgendwas zusammenkriegen. Aber, puh, richtig sinnvoll ist das alles nicht so. Die Frage ist halt, wie viel kommt jetzt danach noch? Weil das ist ja nicht deren Haupt an mir, würde ich sagen. Oder die haben halt gegen Geld wirklich mal gekämpft. Das kann auch sein. Ja, und dann kann man das ganz genau aufräumen. Mehr ist da jetzt nicht mehr wirklich. Ah, das sind natürlich, also wirklich brutale Verluste, ne? Also da brauchen wir nicht drüber zu reden. Meine Hoffnung, dass ich kriegen jetzt richtig gute Gegenstände. Das ist das Einzige, worüber ich mich noch freuen kann. Denn dieser Kampf war wirklich extrem brutal. Ich werde natürlich auch nicht jeden Kampf so machen können, aber ihr seht, guck mal was der hat. Das ist halt komplett unnormal. Richtig viel Erfahrung, aber ihr seht auch die Schäden, die wir genommen haben. Halleluja. Ich meine, Schamanen technisch, obwohl wir die eigentlich am besten reproduzieren können, ist es noch ganz okay. Aber Schilun technisch natürlich, aber wie gesagt, es gibt ein paar gute Level, also sollte es zumindest geben. Wir nehmen auf jeden Fall das neunte Ding, das brauchen wir. Wir nehmen auf jeden Fall auch Zerstörungsmagie, das ist auch ganz wichtig. Wir haben es geschafft, ja, die Erfolge sind wohl erst mit 1.0 dazugekommen bei GOG. Wir haben es geschafft, wir haben unseren Helden ganz ausgerüstet, die auch eine ganz coole Sache ist. Und schon seht ihr deutlich mehr, als wir vorher hatten, weil der eben sehr viel hatte. Aber auch Initiative, was extrem wichtig ist. Initiative ist mit das Beste. Wir haben acht Initiative jetzt mehr. Mehr Offensive, mehr Defensive und hier nochmal Verteidigung Offensive, also deutlich mehr haben wir jetzt, was sehr, sehr gut ist. Also es ist tatsächlich schon krass, dass die KI, das muss man einfach nochmal hervorheben, deutlich gebessert wurde. Eigentlich auch schade, weil die KI halt jetzt schon so brutal ist auf dieser Schwierigkeitsstufe, dass man halt so einen coolen Schieß halt nicht mehr machen kann. Wenn die jeden minus 100% Aufladung gibt, ist natürlich extrem brutal für uns. Einige Runden später treffen wir den lila Gegner und hier mit seinem Xavier Seidenspindel ein relativ schwacher Kampf oder einfacher Kampf, weil, ihr seht, ich habe deutlich aufgestockt, die ganzen Verluste, die wir gehabt haben, mal aufgesetzt. Bestimmt 20 Runden weiter, nein, nicht 10, 15 Runden weiter. Auf jeden Fall einiges Zeit vergangen und ja, wir sehen uns jetzt mal diesen Kampf an, der sollte nicht zu brutal sein. Schon mal ein gutes Zeichen, wenn die KI so schwache Armeen da rumschickt, dass sie sich vielleicht gegenseitig aufgerieben haben oder das Lila jetzt tatsächlich rot endgültig finisht. Deswegen, deren Armeen generell jetzt etwas geschrumpfter sind. Das ist durchaus möglich. Was die Schnellschlachter sagt, das ist eine unbedeutende Armee. Ich meine, wir sind natürlich auch extrem stark. Also sechs Stück nehme ich auf jeden Fall mit, das brauchen wir nicht selber zu kämpfen. Wir werden jetzt endlich mal in die Offensive gehen. Jetzt ist die Armee, wie ihr sehen könnt, eigentlich in der Lage, sich durchaus zu erwärmen. Nachschub ist natürlich schwierig. Das heißt, wir müssen eine Provinz erobern, damit wir wirklich auch den Nachschub sichern können mit diesen, ich ja auch benutze, Laichbecken. Da können wir nicht unsere Einheiten dann hin und her teleportieren, was ganz cool ist. Tja, und tatsächlich ist Rot damit schon besiegt, denn Rot wurde anstatt einfach niemand anders zerstört. Der hat uns ja angegriffen, das war ja der, der gegen uns gekämpft hat. Das ist ja auch so, dass ein Helles of Might Magic Prinzip, habe ich einmal meine große Armee verloren, habe ich natürlich auch keine Chance mehr zu gewinnen. Ich habe jetzt hier auch Lila nochmal gesehen, eine kleine Armee, ein bisschen Verluste eingenommen, aber die hat halt eine Siedlung hier und einen kleinen Sammelpunkt. Deswegen können wir das durchaus skieren, mal hinzugehen, auch wenn natürlich die KI riecht, wenn man schwach ist. Das heißt, sie könnte jetzt hier hinkommen, sollte aber möglich sein, dass wir dann auch relativ schnell zurückkommen. Der Sammelpunkt ermöglicht uns halt einfach super Verstärkung zurück zu kriegen. Ja und damit haben wir schon einen Gegner tatsächlich bewegt. Das ist normal bei diesen Spielen, finde ich generell auch, ich weiß nicht, wie was bei euch war, aber hier ist es Magic 5 und 6 und so weiter oder 7. Das ist oft so wahr, dass wenn man eine Armee mehr besiegt hat, dann war es auch wirklich schnell vorbei. Wenn ich natürlich auch genauso eine Armee besiegt bekommen habe, war es schnell vorbei. Das ist bei Kongress in meinen Augen nicht ganz so schlimm, aber bei der KI halt doch noch, weil die KI natürlich einfach pumpen kann mit Sheet und wenn die sich gegenseitig bekämpfen, dann kommt dann eine immer on top raus, wenn ich dann noch eine kleine oder eine mittelgroße Armee zerstöre, hat ja die andere KI auch sehr viel Vorteil, hat natürlich gigantischen Vorteil, das ist ja klar. Gleich in der nächsten Runde finden wir direkt den nächsten Gegner, Gräfin Elisa Hammond. Da haben wir ja tatsächlich den gelben Spieler wieder. Um die her, ne? Also hier muss ja der Rote gewesen sein oder ist der Liederne gerade, weil der Liederne da vielleicht eingenommen hat, keine Ahnung. Das heißt, der Gelbe ist echt von hier hin bis hier hinten durchgerusht. Also ich hoffe, dass hier der Rote ist, sonst weiß ich echt nicht mehr, was hier los ist, weil irgendwo muss mir jemand wirklich gnadenlos da entgegengelaufen sein. Auch in einer sehr einfache Schlacht tatsächlich brauchen wir glaube ich nicht viel zu machen. Außer die geben mir jetzt halt massiv Schäden da an. Aber das ist massiv Schaden, ob ich das besser machen kann, ist die Frage. Übrigens krass, dass jeder Held, den man trifft von der KI, also wirklich jeden Helden, den man trifft, den kann man schon direkt sagen, der hat Level 18 oder höher. Also es ist schon wirklich krass, was die KI da geschenkt bekommt. Weil wir haben ja jetzt auch jegliche EP genommen und wir sind noch nicht mal 18. Und das war jetzt einer von vielen Helden. Ich glaube nicht mal, dass das die Hauptheldin war. Ihr seht, die Items, die hat, das kann nicht die Hauptheldin sein. Und dann merkt ihr natürlich, das ist schon ziemlich krass. Die Schlacht würde ich aber jetzt, wenn überhaupt so kämpfen. Ich finde, das ist jetzt nicht so prägnant. Das ist keine Entscheidungsschlacht, wie eben jetzt im letzten Part. Das wäre ja zeitverschwendig. Ich will die Parts beide ungefähr gleich machen, sodass man guten Eindruck vom Spiel bekommen hat. Von daher würde ich das jetzt einfach mal so kämpfen. Mal schauen, ob ich überhaupt ein besseres Ergebnis bekommen kann. Ja, Ergebnis ist schon deutlich besser. Trotzdem mit der Schilun natürlich weg. Ich habe hier viel, weil die haben 80% Zauberresistenz gehabt. Ich muss sagen, die spielen mich auch hart counter, wenn ich mal ein schönes Essenz-Strategie spiele. Sollte man glaube ich gar nicht mehr so machen, denn die KI ist da wirklich intelligent geworden und weiß auch, dass es darauf geht. Ich hätte wirklich 80% Resistenz. Ich konnte gar keinen Schaden machen, obwohl ich plus 100% habe. Keine Ahnung, was man dagegen countern soll. Müsste wirklich ein Gegenstand haben. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Ja, ich habe auf jeden Fall meine Schiluns immer schon rein teleportiert in die Bogenschützen. Dann konnten die halt nicht so viele Schamanen killen. Gut, hat uns dafür natürlich Schilun gekostet, aber ich glaube, besser als das Ergebnis davor. Nächstes Gebiet vorgenommen, der Lidl kam leider zurück. Das heißt, ich musste mich wieder zurückziehen und wieder umdrehen und jetzt wieder zurück in diese Richtung gehen. Wir haben gleich aber dann Siedlung nebenan. Von daher können wir diesen Kampf natürlich wieder gehen. Ist wieder ein einfacher Kampf, sollte also eigentlich kein Problem sein. Er ist noch nur Level 14. Wow, was ist denn da passiert? Den funktionieren? Ich hoffe ja, wie gesagt, dass hier der Rot ist. Das heißt, wenn wir hier vielleicht die Sachen einnehmen, haben wir vielleicht mal Ruhe in der Richtung. Das wäre natürlich auch mal eine ganz interessante Abwechslung zu diesem Fakt, dass wir hier konstant immer von überall angegriffen werden. Ich denke, dass wir jetzt hier oben das auch wieder abgenommen bekommen. Wahrscheinlich von Gelb, denke ich mal. Weil Gelb hier in der Nähe sein wird. Ja, genau, war klar. Das ist halt unendlich. Und ich denke mal, Lina wird dann hier unten gewesen sein. Da kommt noch ein Held von Gelb. Also heißt, die sind wahrscheinlich da in der Richtung. Und ja, der Rote müsste dann hier gewesen sein. Das heißt, wir müssen das jetzt mal einnehmen. Wenn wir den gleichen Aufbau, nämlich haben wir hier, müsste die Hauptstadt dann da sein. Kann nicht sein, dass die zweite Stadt dann da wie bei uns auch noch vorhanden ist. Oh, das wird nicht ätzen. Unser Level 4 Held kann halt eigentlich effektiv gesehen keine Verteidigung leisten. Das ist leider nicht möglich, weil er halt ja, Level 4 ist. Dadurch hat er ja, die Verteidigung ist natürlich extrem hoch, weil er halt die Schildkröte ist. Aber er ist jetzt nicht gerade gebufft. Da müsste ich jetzt über die Map hier fegen und die einzelnen EP-Sachen holen, damit er übrigens Level 6 ist oder sowas. Er wird aber jetzt auch nicht so viel bringen. Und ja, kostet natürlich auch enorm viel. Ich mache währenddessen hier schön weiter immer die Sachen erhöhen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier die wirklichen Buffs jetzt auch vollständig haben. Leben. Ziehen wir gerade durch. Ihr könnt es hier gerade sehen. Ich kann einfach mal das Geld nehmen. Gut, das kostet zu viel. Toll. Aber Leben und Schaden. Dann haben wir die Verteidigung maximiert. Das ist ganz wichtig, damit unsere Schamanen auch schneller, äh besser drauf sind. Die Initiative ist erhöht. Das heißt, wir sind auch, wenn wir nicht gerade Gegner haben, die noch keine Armbastbekannte Gegenstände haben, auch eigentlich da auf der sicheren Seite. Ja, und jetzt müssen wir noch die einzelnen Einheiten Waffen, das wären halt die Schamanen und die Räuber, äh, Verwüster, Reiter der Sümpfe. Nahkampf machen wir ganz am Ende wäre halt nur für die Verwüster, Räuber, der Reiter, nein, ich sage Räuber, Reiter der Sümpfe. Ich finde eigentlich Räuber würde da besser passen, weil er erst auf Verwüster heißt. Aber vielleicht ist das nur mein Denken. Ich kann eben einmal die Reichweitsstum erhöhen, warum nicht? Da müssen wir gleich hier noch ein bisschen was sparen. Und Tana sind wir da ja nicht anders zu erwarten, walzen wir tatsächlich jetzt über Lila hindurch oder ja, ja, durch die wahrscheinlich ehemals roten Gebiete. Ich besetze das hier alles, weil wir dann einfach ein bisschen was Bonus kriegen und uns nicht darum kümmern müssen. Das ist ganz gut. Zauberresistenz fände ich eigentlich ganz cool. So sagen, ich glaube, ich würde mir was anderes wünschen. Mehr Fernkampfresistenz. Im ersten Mal kanalisieren und gucken, was dann noch kommt. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das verhaben will. Wir haben ja noch ganz viele Slots frei. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt schon total überlevelt werden. Hier stehen die ganzen Armeen von den, von dem Spezialistenz. Zwei sind auch noch hier hinten. Hier ist noch eine und hier war noch eine Person. Also es ist wirklich, was die noch haben, ist schon nicht ohne. Also es sind jetzt keine starken Armeen mehr. Das ist klar, weil die halt sich wahrscheinlich gegen rot aufgerieben haben. Die bringen aber ständig natürlich Nachschub. Okay, na, muss ich leider annehmen. Ich kann jetzt hier nicht. Ach, das ist ja doch noch eine recht große Armee. Äh, ja. Aber ja, ich kann halt nicht ständig die hier rumlaufen lassen und die schicken halt, glaube ich, von unten ständig irgendwas hoch und diese Truppen, die kommen halt jetzt hier zum Glück nicht mehr an, weil ich jetzt die beiden großen Städte hier eingenommen habe, sollte tatsächlich dann gegessen sein. Ich kann jetzt hier wohl nichts rekrutieren, dafür muss ich hier oben hin. Deswegen sollte ich eigentlich verhindern, dass er uns das hier oben einnimmt. Ich meine, aber hier war noch eine zweite Armee, deswegen schwierig. Die Forschung sind dann auch langsam durch. Wir haben jetzt nur noch einen Nahkampf offen. Den Rest konnte ich mir jetzt erhandeln. Also ich habe das nicht irgendwie Armour durchgekriegt. Das ist halt wirklich key, habe ich ja auch schon beim Tipp-Video gesagt, einfach diese Märkte zu bauen. Das ist essentiell. Das wäre tatsächlich ein Grund hier, das vielleicht doch umzubauen. Aber ihr seht, wie viel Geld wir mittlerweile kriegen, weil diese Stadt hier so groß gewachsen ist. Die ganzen Dinge hier oben brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Wir haben eigentlich auch hier unten alles ausgebaut. Ich muss hier zwar noch irgendwas bauen, also gerade so schwelende Höhlen wäre nicht schlecht, um halt noch, vielleicht auch einfach mal handeln, um halt noch ein bisschen mehr Drachen irgendwann zu haben, damit wir dann doch irgendwie die zweite Armee vielleicht mal mit einfach nur Fettdrachen vollpumpen und mehr nicht. Das wäre dann auch ganz in Ordnung. Ja, und das wäre jetzt der Plan. Wir brauchen aber jetzt keine grundlegenden Ressourcen mehr, weil die sind einfach schwach nicht. Es geht eigentlich nur darum, Vollgas zu geben. Das ist bei dem Spiel ja so, das muss ich auch einfach bemerkern, dass die Erkundung natürlich recht plump ist, ja. Die Erkundung heißt halt eben, dass man keine so krasse Höhlen hat oder so, was wie ein Drachenheiligtum oder sowas. Ja, war klar, das jetzt noch unten geht, das ist zum Kotzen. So ein Drachenheiligtum oder sonst was hätte, wo man halt, das ist gelb auch noch nicht, Lieder noch nicht mal. Es ist unfassbar. Die stehen sich echt auseinander, äh, aus dem Weg, ne. Es ist wirklich unglaublich. Ähm, ja, auf jeden Fall, dass man nicht sowas wie die Heiligtum hat, wo man irgendwie so krasse Gegenstände hat, die wirklich gamechanger sind, wie jetzt bei Heroes of Might Magic 3. Muss man einfach sagen, das könnt ihr hier einfach nicht erwarten. Kann ich euch so schon mal einfach sagen, es ist nicht, nicht in diesem Spiel drin. Das ist einfach leider ganz anders. Muss man einfach dran denken. Bevor man jetzt sagt, ja, hier muss jetzt genau dasselbe sein wie bei Heroes of Might Magic, das fehlt hier tatsächlich einfach. Ärgert mich auch ein bisschen. Finde ich auch ein bisschen schade, aber ja gut, ist jetzt aber kein großartiger Bruch irgendwie oder ein riesiges Problem. Aber sollte auf jeden Fall erwähnt bleiben, dass es natürlich dann irgendwann in diese Phase abrutscht. Ich meine, mach mal Heroes ja auch, dann folgt man ja auch immer den dicken Einheiten, also nur den dicken Armeen und haut die um. Aber hier ist es halt schon extrem, weil ihr halt nicht solche Point of Interest habt, wo ihr massive, legendäre Gegenstände bekommen könnt oder sowas. Das ist hier einfach nicht drin im Spiel. Ja, und die KI kann einen ziemlich nerven, denn wir sehen jetzt dieses Bild, die ist wirklich einfach beelined auf meinem Hauptquartier, hat unendlich hellen. Ich habe jetzt schon einen besiegt, hier ist noch ein zweiter, also Füchter dann eigentlich. Es ist wirklich massiv frech, man muss es ganz klar sagen, es ist wirklich massiv frech. Die eine KI kann jetzt einfach noch hier hoch laufen und mich da auch noch angreifen. Ich komme meine Haupttheit nur so schnell hinterher, weil ich hier die ganzen Wegsteine da gefunden habe. Sonst käme ich hier gar nicht weiter. Finde ich schon ein bisschen unverschämt. Ich habe jetzt hier ganz viel Drachen rekrutiert, also eine Verteidigung sollte man damit eigentlich leisten können, aber einen Angriff eher nicht. Ich nehme es zurück. Ich habe tatsächlich beides autoresolven können. Wir haben zwar drei Drachen verloren, aber ja, da stand riskant und angemessen. Aber ihr seht natürlich das, was wir meinen. Ja, man kann halt dann irgendwann sich hochkaufen. Ich meine, da war jetzt auch keine starke Armee dabei. Ärger ich mich natürlich, dass ich mit meiner Hauptarmee zurückgegangen bin oder runtergegangen bin. Aber es ist natürlich so, dass die einfach dann auch sich kopfwürste reinstürzt. Ich meine, die ist besser geworden, die KI definitiv, das merkt man im Kampf. Aber man merkt auch im 1.0-Update noch immer einige Schwächen. Die schieten halt massiv, weil die haben immer riesige Truppenstärke, obwohl das Geld ja, wie ihr seht, ich bin ja immer arm, obwohl ich 19.000 kriege. So Runde. Da haben sie immer wirklich so viel Armee dabei und können die auch konstant halt immer wieder aufsetzen. Das ist schon krass. Irgendwann bricht es halt, weil sie einfach den Nachschub nicht mehr so leisten können, wie sie es gern hätten. Aber es ist schon irgendwo beeindruckend, dass sie dann trotzdem noch so beeline und sich einfach in den Tod stürzt. Ich meine, die KI hat sich ja wirklich gerade einfach umgebracht. Mehr nicht. Gut, andererseits muss ich wohl dazu sagen, die KI wusste ja, dass ich erstmal keine Truppen habe. Ich habe diese ganzen Drachen natürlich angekauft, weil ich 70.000 auf der Bank hatte und gesagt halt, ja, jetzt hole ich mir die halt. Übrigens sollte ich gar nicht mit ihm hier hingehen, sondern das mit dem einholen. Das ist viel über Spaß, was ich gerade tue. Und jetzt werde ich mir einfach hier konstant nur Drachen holen. Mehr nicht. Ich kriege halt momentan keinen Bernstein, weil ich vergessen habe, auch die Mine einzunehmen. Aber ich kann mir halt immer gesagt jetzt momentan so viel kaufen. Auch unbedingt das hier nochmal. Das ist nur, weil ich in meiner Nebenstadt so viel Gedötste habe. Da denkt daran, ja, es ist ganz wichtig zu erklären, dass ich das nur deswegen habe, weil ich halt die ganzen Märkte gebaut habe. Wenn ihr die Märkte nicht baut, werdet ihr nicht so massiv tragt. Ich kann mir jetzt einfach Drachen ballern, wie sonst war. Ich habe jetzt vier Stacks, also 20 Drachen. Das ist brutal. Das kriegt ihr halt nur hin, wenn ihr wirklich diese Märkte so runterpuscht, weil ich habe ja gar keinen Bernstein. Und auch diese Mini ist ein Bernstein. Und der Drache kostet zwei. Das heißt, ihr braucht diese Märkte so dringend. Je mehr von den kleinen Siedlungen ihr halt habt, desto besser. Weil diese kleinen Siedlungen geben euch halt eigentlich immer die Möglichkeit, einen Bazar zu bauen. Das solltet ihr auch immer wahrnehmen. Ich gucke mal, ob der hält. Aber er ist anscheinend noch nicht hier hoch gegangen. Das wäre natürlich ganz cool. Da brauchen wir das nicht. Ja, da ist er auch noch. Ist das nicht ganz so lästig. Wie gesagt, mein Held kann sich gerade auch über die Map fliegen, weil er halt eben die Bewegungen hat durch die Schuhe. Drei Stück mehr. Sehr krass. Und weil er eben diese Wegsteine gefunden hat. Genau, wir können wieder den Gegner hinterher rennen. Also wie gesagt, wir fliegen hier drüber und haben jetzt nochmal ein Next Level, was sehr cool ist. Dann haben wir Zauberresistenz oder zwei Schlachtrunden erhalten, malistig, was auch ganz cool ist. Ich glaube, Zauberresistenz ist tatsächlich noch cooler. Dann haben wir unsere Idee mit den dicken Schildkröten hier, die Verteidigung boosten, auch schön eingesehen. Da ist noch eine Armee, ne? Du willst mich verpäppeln. Ja, und wir fliegen jetzt eigentlich hier wirklich über die Map und das brauchen wir auch, weil wir müssen halt jetzt die ganzen Sachen wieder einnehmen und schauen, dass wir auch die ganzen Truppen hinterher kommen. Lila ist ja noch mal hier unten ganz allein. Denk dran, ich bin ja jetzt nur hinter Gelb her, weil er mir gerade konstant auf den Nerven gegangen ist. Die Städte, wie gesagt, sind nur noch Geldmaschinen. Alles andere sollte hier nichts mehr sein. Das heißt, die sind mal gut aufgestellt, können notfalls auch einen Güter herbeiholen, der nochmal Truppen herbeizaubern kann. Das ist schon mal ganz cool. Und unsere Schildkröte hier, unser Level 10er jetzt mittlerweile, der hat ja diese Kämpfe bestritten, sollte mit den vier Drachen auch durchaus gut austeilen können, dass sie nicht irgendwas überrennen kann, einfach so. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich auf dem Siegespfad schon. Ich habe jetzt unten die einfach geschliffen. Wenn ihr nicht schleift die Stadt, dann wird das auch ohne den Hüter gemacht. Wenn ihr die besetzen wollt, das macht die KI auch meistens, finde ich eigentlich auch ganz gut, dann gibt ihr den Spieler ein bisschen Zeit, also als fernes Grund. Dann müsst ihr halt da drin sitzen. Beim Schleifen müsst ihr nicht da drin hocken. Und wie gesagt, das, was ich hier oben gemacht habe, war instant, also sofort. Da kommt ihr einfach draufdrücken, die gehört mir jetzt als Vasall sozusagen. Und ja, dann habt ihr es eigentlich schon geschafft, dass ihr da nicht lange warten muss. Ich werde jetzt hier, ich glaube, bekehren. Die Schildkröte hat die Zeit, dann können wir die Gebäude direkt mitnehmen, die schon da sind. Und dann gehen wir hier auf die Stadt. Das sollte auch nicht mehr viel sein. Wahrscheinlich eben, weil die halt schon alles ausgegeben haben. Aber wieder diese blöde 80% Assistenz, da können wir auch nichts gegen machen. Ich kann es mal ein bisschen besser kämpfen, aber jetzt nicht deutlich. Deswegen werde ich da wieder denselben, ja, ich sag mal dieselbe Ignoranz haben und sagen, nope, das interessiert mich nicht. Boah, wie viel? Mit der Armee echt? Nee, komm, ist okay. Besetzen? Boah, ich weiß nicht. Mein Reichweite ist natürlich ganz cool. Wir bräuchten eigentlich tatsächlich eben den Standort, wo wir halt Einheit rekrutieren. Andererseits auch egal, weil wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Also die werden nichts mehr haben. Das kann nichts mehr sein. Das heißt, es ist jetzt nur da oben die große Titelung, wie immer. Der eine ist ja schon abgehauen hier, wir machen die auch immer sehr gerne. Ist hier zurückgezogen, aber das ist mir natürlich relativ egal. Außer natürlich, jetzt hängt hier noch irgendwo die Armee rum, das kann auch immer sein. Aber wenn das so, das Layout ist ja gleich, das heißt, diese beiden großen müssten alles sein, was sie noch haben. Dann sind wir gelb schon mal los, müssen uns nur um Lila kümmern. Da habe ich hoffentlich noch genug Zeit, dass ich bis hier unten laufe und mir die neue Truppe hole. Diese Hüter-Spam, das ist halt nicht so aggressiv. Ja, genau, und das haben wir auch da unten schon die Sache eingenommen. Und ihr seht, Lila kommt tatsächlich wieder, das war klar. Das war abzunehmen. Warum zeigst du mir nicht, was er hat? Warum darf ich nicht sehen? Warum ist er zu blind dafür? Ich verstehe es nicht. Unbedeutend. Ja, machen wir da fertig. Und damit ist dann auch gelb besiegt. Ja, das war abzusehen. Jetzt müssen wir nur noch Lila besiegen und dann sind wir tatsächlich schon durch. Das ging ja relativ schnell. Ich weiß noch nicht, ob Lila in irgendeiner Weise hier besiegbar ist. Ich kann leider mit der Schildkröte nicht sehen, was der hier hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. Kann ich nicht verstehen, warum das mir nicht angezeigt wurde. Ich hätte vielleicht einfach zurückziehen sollen. Das war einfach dumm. Sie haben mir Drachen holen können. Locker. Ich kann aber die Drachen noch ein bisschen buffen. Dann können wir das einfach so machen. Also die Sätze von den erhöhen dann einfach nochmal hier. Wir haben jetzt 100.000. Ihr seht es wieder einfach kaufen, 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 kaufen. Und dann buffen wir die einfach mal durch. Das sind ja Bieste. Das heißt, wir müssten die, wenn ich das richtig sehe, dann jetzt nicht mehr Rana. Oder sind die noch Rana? Doch, die sind doch Rana. Okay, super. Dann haben wir ja eigentlich schon. Dann müssen wir noch das hier waffen. Zack, zack, ihr seht, wir haben unendliche Ressourcen. Können eigentlich jetzt um uns schmeißen. Wir müssen jetzt hier noch die Essenzen einmal holen. Ich glaube, dafür brauchen wir einfach mal alles. Mal 10. Können wir uns einfach mal gönnen. Und hauen einfach noch ein bisschen Essenzen daraus. Vielleicht hilft es ihm, dass er es überlebt. Ich weiß es nicht. Nehmen wir einfach hier, ich weiß nicht mehr, was ist noch übrig. Antik 1520 himmlisches Herz. Wow. Das ist tatsächlich viel. Aber ihr seht, der Markt regelt halt alles. Das ist halt total lächerlich. Also gut lächerlich. Das macht halt auch Spaß. Dann werdet ihr auf jeden Fall irgendwann extrem mächtig. Nur so Artefakte wären halt auch noch sehr cool. Ich weiß noch nicht, warum man da nicht drauf gegangen ist noch. Da so ein bisschen mehr auf Artefakte zu gehen. Ja, jetzt haben wir sie auf jeden Fall maximal gebufft. Jetzt mehr können wir nicht machen außer beten, sag ich mal. Dann könnt ihr sehen, was passiert. Jo, sie greift an. Ich mache auf Auto-Battle so wie eben und hoffe einfach, dass es klappt. Ja, es klappt. Wir haben nichts verloren. Guckt euch das an. Wir haben einfach mal 12, 18, 24 Höllenspeier. Das ist deren große, ich glaube nicht Upgrade, von daher nicht die größten. Aber gut, der Rest ist Müll, muss man eigentlich sagen. Aber diese 20 Drachen fully upgraded sind halt. Der haut der Stab. Der kann überhaupt nicht durch diese Schildkröte durch. Der hat halt so viel Defense und dann noch diese Zauberresistenz. Dust halt den ganzen anderen Kram. Es ist unfassbar. kommt der da dabei. Oh Mann, ey. Ja, dann wir kommen ja jetzt gerade mit unserem Hauptheld entgegen. Aber ihr merkt schon, was ich meine. Es ist, dann irgendwann ist die KI dann einfach nicht mehr in der Lage. Der geht sogar da rein, hat sich sogar reingesetzt, muss man überlegen. Also der nimmt sogar die Runde in Kauf, das jetzt zu bekehren, obwohl ja eigentlich klar ist. Obwohl ja vielleicht ist sogar ein gutes Zeichen, dass die KI nicht immer weiß, wo du bist. Oder ist es halt einfach ein Riesenfehler. Es kann beides sein. Wir haben jetzt ein paar Stacks besiegt. Ich glaube es sind drei immer, da sind die nächsten zwei. Die geben wirklich nicht auf. Das ist wie bei dem Anfang des Spiels, als das im Early Excess war. KI einfach alle Hüter, die sie kann, rauspushen, denen immer Mist mitgibt. Man hier natürlich wesentlich stärker. Der erste Kampf war ja hart. Die haben sie aber jetzt gegenseitig so zermürben. Wir haben sie jetzt halt auch in den letzten Kämpfen. Hätte ich mal den einen Kampf dann doch gezeigt. Der war anscheinend der letzte große, also größere. Unsere Übermacht ist halt einfach jetzt erdrückend. Ihr seht das schon. Ich habe mich ja nicht mehr aufgerüstet, was eigentlich ein Fehler ist. Ich sollte das eigentlich machen. Aber die sind halt tatsächlich jetzt erdrückt. Aber sie hauen halt wirklich konstant diese Hüte raus. Die können die nicht einfach mal liegen lassen. Ja, und ihr seht hier mein Doomstick hier. Drachen, 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 Drachen und Drachen. Das ist jetzt nicht mal meine Essence-Strategie. Das ist jetzt einfach nur noch, ja, ich würde mal sagen, Outplayed Strategie. Das sind nicht mal die dicken Drachen. Die dicken Drachen könnte ich mir jetzt auch holen. Aber das ist schon bei Draner. Krass, diese Drachen sind halt so overpowered. Ich nehme die deswegen auch nur als Ersatz-Deck, weil die sonst einfach viel zu stark sind. Aber ich scheine auch, dass die da einfach nichts mehr zu bieten hat. Also können wir einmal hier reinschauen, um nochmal einen Kampf gehabt zu haben. Ich glaube, aber da ist nicht viel. Wir gehen gleich mal bei einem Siege nochmal rein und dann ist gut. Ich meine, das hier sehen wir jetzt plötzlich sauschnell gehen, wobei ich mich nicht gut positioniert habe. Aber hier sagt, die ist jetzt auch nur Level 13. Das heißt, wir sind jetzt auch endlich mal richtig schön im Vorurteil. Ihr seht hier die Defensive, von der ist 5, unsere ist 38. Also da ist nicht mehr viel zu holen jetzt für die. Ihr seht hier auch, wie wir schon die dickeren Armeen halt einfach zerstören und können hier komplett übers Feld, oder nicht komplett, aber fast komplett übers Feld fliegen. So, da können wir einmal nach vorne. Und die sollte auch nicht so magieresistent sein. Das heißt, wieso könnten die wahrscheinlich auch hiermit schon zerbomben? Oh, geht sogar. Die ist auch wieder magieresistent. Hat die Essenzschilds, ist das Bereitschaft? Keine Ahnung. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben, wie ihr sehen könnt, innerhalb der ersten Runde ein wenig Auswahl, eben durch den ganzen Extrasenzen, die wir durch Level 2 Einstimmung bekommen. Da kriegen wir jede Runde, äh, jeder Schlachtzug ja eine, mal diesen plus 2. Und wir haben halt durch die ganzen Upgrades, die wir genommen haben, auch nochmal diesen Vorteil. Das heißt, wir sind recht gut aufgestellt, würde ich einfach mal so behaupten. Was wir auch eigentlich gar kein Problem haben, wie ihr sehen könnt. Da brauchen die am Schildkröten nicht mehr mehr irgendwas zu tun. Aber ist natürlich auch eine lächerliche Armee, ist ja klar. Hier können wir noch einmal einen machen. Guck mal her. Da haben wir nochmal ordentlich viele Gegnertruppen und wir haben sogar die Belagerung. Das heißt, da sollte etwas schwieriger sein. Gucken wir uns das doch einfach noch als letztes an. Und dann sind wir eigentlich auch durch. Machen wir das? Ja, komm. Einmal Rufgar. Ist auch kein zauberresistenter. Was sind die Suche? Doch wohl. Dort wo. Was für ein... Egal. Aber trotzdem viel Schaden, ne? Kann man ja trotzdem mal so ehrlich sein. So, hauen wir die einmal um. Die wollen wir nicht mehr sehen. Ich meine, natürlich, die Viecher sind natürlich auch brutal. Die wollen wir auch weg haben. Das können wir aber zurückstoßen ist Unsinn. Was wir machen können, ist halt unsere Leute einfach mal nach hier schicken. So. Mir glaubt, der Hund mich angreift und dann machen wir einfach mal so. Und ihr seht schon, das ist eine recht nette Strategie. Kann man immer ganz gut nutzen, um eben richtig fiese Cheese zu machen. Ihr seht hier zum Beispiel wieder, ich kann ihn einfach hier rum teleportieren, hinsetzen, wo ich will. Naja, nicht ganz, weil zum Beispiel die Truppe da oben, da komme ich gar nicht dran, wenn ich das richtig sehe. Aber ich kann einfach mal hier hingehen, zack. Ja, und das ist eigentlich die Strategie. Wir zerstören dann einfach hier mit den Eiswaffen noch unsere Gegner. Problem ist halt, die werden tatsächlich angreifen können, was ich ein bisschen ärgerlich finde. Wir schaffen was noch echt. Vielleicht noch was sparen sollen. Na eben. Na egal. Das kann ich jetzt. Ja, Übel enden ist jetzt falsch. Wir haben ja gewonnen danach. Aber diese Kanonen sind nicht ohne. Wobei ich meine, dass die Kanonen ohne Upgrade tatsächlich relativ schwach sind. Also dass wir da jetzt nicht so ein großes Problem haben werden. Aber wenn wir jetzt sehen, wenn die jetzt die Gegner jetzt dran sind, jetzt hier. Ja. Zwei Kills sind halt schon krass gegen die Verwüster. Oder die Reiter der Sümpfe mit einem normalen Ding. Aber ja. Hier nochmal vier tot. Also dafür sind sie aber auch irgendwo da. Das sind ja unsere aggressiven Truppen. Trotzdem gemein, dass die die jetzt einfach angreifen. Ich finde es auch unnötig irgendwo, ne? Muss man ja auch mal ehrlich sein, dass es nicht so nötig ist. Oh wow, die Balliste hat einen Ansturm bekommen. Das ist aber nicht so gut. Ja, aber ihr seht es, guck mal, die Ballisten machen tatsächlich auch gar nicht wenig Schaden, muss man auch sagen. Das ist tatsächlich nicht ohne. So, und dann können wir jetzt einfach mal hier alles abballern. Die beiden können da einfach stehen. Wir müssen eh nachladen. Das interessiert also keinen. Machen wir einfach hier die Balliste schon mal weg. Und ja, die zwölf Klinge können wir auch mal wegmachen. Und dann haben wir jetzt... Ach, wo sind denn die Bekiniere? Habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Wo sind die? Ach, da unten im Nebel guckst du? Ohne Witz. Also das ist nicht mein Problem, oder? Das ist jetzt einfach wirklich die Leiche davon, der Artillerie davor, oder? Also ich kann die ja gar nicht sehen. Halleluja. Ja, hier oben können wir tatsächlich gar nicht hin. Kann das sein? Also man muss Fernkampfgruppen dabei haben? Ah, ne, doch. Okay, alles gut. Ach, der gerade. So, ja, die stirbt natürlich einfach im Gift. Und dann stirbst du. Und ja, dich können wir dann einmal, auch dann, wenn das dann klappt. Mir glaubt, du darfst abkommen. Selber Schuld. Quats. Naja, selber Schuld ist jetzt auch irgendwie gemein. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Teleportieren die? Das Teleportieren ist halt supergeil. Deswegen liebe ich halt Arcana und Schöpfung. Ich finde, die haben einfach, achso, da ist ja noch was. Die haben einfach am meisten Stil irgendwo. Auch wenn sie natürlich je nachdem hart gekonfert werden. Aber damit braucht ihr auch nicht unbedingt Schaden. Das heißt, mein Held ist ja Zauberschaden. Ihr könntet aber dann lieber einen Held nehmen, der euch halt nicht Zauberschaden gibt, sondern irgendwas anderes, wodurch ihr halt diesen, ja, Push, sag ich mal, äh, also einfach hin und her teleportieren, die Gegner zurückstoßen, festwuchzen, so habe ich in einem Kampf von den ich jetzt leider nicht gezeigt habe, wo ich mich doch ein bisschen ärgere. Die konstant einfach die fetten Schildtruppen, die ja wirklich viel aushalten, weil die 80% Zauberresistenz hatten, konstant einfach festgewuchzt. Drei Runden waren ja festgewuchzt. Die konnten nichts machen. Das war schon sehr, sehr spaßig, kann ich nur mal unterschreiben. Und jetzt können wir eigentlich die letzte hier noch auslöschen und dann müssten wir, dass das Spiel auch schon geschafft haben. Dann haben wir 1.0 gesehen. Ja, ich finde, es ist definitiv besser geworden. Habe ich aber auch schon im letzten Patch gefunden. Es ist aber nicht grundlegend besser geworden, ja. Es ist ein gutes Spiel. Es ist auch im Geiste von Heroes of Might and Magic, das ganz, ganz klar, muss man sagen. Aber es ist, es hat nicht dieses gleiche Gefühl. Es sind zu wenig Fraktionen dafür, es sind ja vier Stück. Es ist halt immer dasselbe, auch von Erkundung her, dass immer so ein Riesenhaufen an irgendwelchen Ressourcen rumliegen, die dich irgendwann auch irgendwo so, ja, ist cool, du musst halt schon die Ressourcen haben, aber es ist nicht so spannend wie bei Heroes of Might and Magic irgendwie. Ich weiß, es ist aber nicht Nostalgie. Ich habe das Spiel ja, Heroes of Might and Magic 3 zum Beispiel sehr spät erst gespielt, muss ich sagen, das erste Mal. Es ist einfach besser, weil man da viel mehr zu geboten bekommt. Das hier ist ja ein schnelles Spiel. Kann man mal machen, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ist auch gut zum Reinkommen, finde ich. Aber ihr seht halt, die KI ist auch recht anspruchsvoll, wenn ihr halt da Probleme habt, auf jeden Fall auf niedrigeren Schwierigkeitsstufe anfangen, weil die KI bricht zwar irgendwann, wenn die sich gegenseitig fertig machen oder ihr einen guten Kampf gewinnt, aber die KI ist halt auch recht stark. Ja gut, jetzt habe ich eben schon mal gesagt, Like und Abo da. Jetzt sage ich einfach mal, ich packe das Ganze zusammen und das war 1.0 Release. Ihr könnt ja mal eure Meinung sagen. Ich würde es euch empfehlen. Es kostet nicht so viel, 25 Euro, wenn ihr vielleicht ein Angebot kriegt, auch für 17 Euro oder sonst was. Es ist das Geld auf jeden Fall wert. Allein für die Kampagnen reinkommen. Es ist nicht so schwer wie Heroes of Might and Magic 3 zum wirklich hochwertig spielen. Ich würde euch aber niemals empfehlen, auf hohe Schwierigkeitsstufe zu spielen. Das macht wirklich keinen Spaß. Aber auf dieser Schwierigkeitsstufe jetzt geht es auf jeden Fall. Ihr müsst trotzdem gut wissen, wie die KI vorgeht und halt darauf achten, dass ihr da auch in die Strategien reinspielt. Das ist nicht ganz cool. Diese Zauberresistenzen, Fernkampfresistenzen, die machen wirklich viel aus, sodass auch so ein Schildträger, der relativ einfach ist, ein massiver, brutaler Gegner werden kann. Und das ist schon ganz cool gemacht. Mir fehlt halt sowas wie Sets, wie gesagt, die Item-Sets. Und zwar, ich meine, es gibt sogar so ein paar Legendäre und so weiter. Aber da müssen halt mehr Locations sein, wo man die holen kann. Die Maps könnten auch größer sein. Es ist halt sehr flott. Aber ja, wenn euch das alles gefällt, dann holt es euch auf jeden Fall. Es kostet halt nicht so viel. Und dafür habt ihr das auf jeden Fall jeden Cent wert, um einfach nochmal so ein bisschen in diese Heroes of Magic Schiene zu kitzeln. Und wie gesagt, vier Kampagnen, 16 Missionen kann man dann nur empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann Like, Abo, ihr wisst es. Und gebt mir eure Meinung für den Algorithmus. Bis Senne.